Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Anfängerkurs für historischen Schwertkampf. Mein Name ist Martin Höppner und ich bin Trainer bei der Berliner Rittergrede und dem Hochschulsport Potsdam. In diesem Kurs lernen wir von Grund auf den Kampf mit dem einhändigen Schwert und ich kann das euch nur empfehlen, denn es macht einerseits wahnsinnig viel Spaß. Ihr bewegt euch ein bisschen dabei und man lernt bestimmt noch die ein oder andere Sache dazu. Wir fechten nach historischen Quellen. In diesem Kurs lernen wir das nach Giovanni della Gocchia. Das ist ein Meister aus dem 16. Jahrhundert, der in der Tradition des Bologneser Fechtens steht, also aus der italienischen Stadt Bologna. Das Schwert im 16. Jahrhundert in der Renaissance sieht schon ein bisschen anders aus, als man es vielleicht aus dem Mittelalter kennt. Es beginnt hier auch mit dem Knauf, der zur Wandangst des Schwertes dient. Darauf folgt der Griff des Schwertes, das Kreuz und verschiedene jetzt schon Fingerringe oder Knöchelringe, die die Hand einfach schützen sollen. Wir haben hier meistens eine Unschärfe im Schwert, also eine sogenannte Picasso. Darauf folgt die tatsächliche Klinge mit seinen zwei Schneiden und der Spitze bzw. dem Ort des Schwertes. Greifen ist nicht ganz genau beschrieben. Wir sehen es aber auf einigen Bildern und dort ist meistens dargestellt, dass der Griff mit den unteren drei Fingern und dem Daumen gegriffen wird und der Zeigefinger über das Kreuz auf das Ricasso des Schwertes gelegt wird. Die Schneiden können wir unterteilen in die wahre Schneide des Schwertes. Das ist die Schneide, die auf der Seite eurer Fingerknöchel ist und die falsche Schneide des Schwertes hier oben, die auf der Seite des Daumens liegt. Außerdem können wir die gesamte Klinge auch in einen vorderen Abschnitt teilen, die Schwäche des Schwertes oder Debole, und den hinteren Abteil des Schwertes, die Stärke des Schwertes bzw. Forte. Einfach deswegen, da man hier draußen einen größeren Hebel hat, um die Hand zu manipulieren. Wir hier also schwächer sind, wenn wir das Schwert führen und hier einfach stärker. Gut, jetzt schnappt euch euer Schwert oder einen beliebigen anderen Stabstock. Ich habe zum Beispiel hier auch lange Zeit einfach von einem Wischer abgeschraubt den Stab genommen. Das geht ganz wunderbar. Und dann sehen wir uns gleich zum Warm-Up. Willkommen zum Warm-Up. Das ist ein leichtes Warm-Up, welches euch auch die Bewegung innerhalb dieses Kurses vorbereitet. Und jedes Mal, wenn ihr eine Übung oder so macht, könntet ihr dieses Warm-Up gerne vorher ausführen. Wir beginnen unten mit den Füßen. Und zwar gehen wir erst auf die Zehenspitzen und rollen dann zurück auf unsere Hacken und heben die Fußbeine vom Boden ab. Wir gehen vor und zurück. Nach hinten und nach vorne. Und das ist ganz schön für die Waden. Dann können wir nach außen und nach innen gehen, um noch ein paar der Bänder in unseren Fußknöcheln zu dehnen. Und auch schon mal die Knie etwas anzuwärmen. Auf die zählt auch jetzt die nächste Übung ab. Wir nehmen die Knie zusammen und rotieren unsere Knie erst gegen den Torzeigersinn ein paar Mal. Macht alles nur so weit, wie es sich gut für euch anfühlt. Und jetzt in die andere Richtung. Gut, wir beinen dann weiter hoch. Wir wollen die Oberschenkel einmal angreifen und dazu ziehen wir einen Fuß nach hinten und gehen nach vorne. Und auch hier wippt der Fuß hin und her nach vorne. So weit es geht strecken und hinten schön hoch ziehen. Und dann nehmen wir den anderen Fuß. Es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht so hoch kommt. Ich bin auch selber hier nicht so besonders dehnbar. Aber einfach, um das ein bisschen warm zu kriegen. Brauchen wir die Außenseiten noch. Dazu machen wir Kreise mit unseren Beinen. Schön groß und die gehen auch schön nach hinten. Wechseln die Richtung. So hoch wie möglich den Fuß dabei nehmen. Und die andere Seite. Das ist auch gleich eine Gleichgewichtsübung. Im Zweifelsfall könnt ihr euch natürlich gerne irgendwo festhalten, wenn es gar nicht geht. Gut, dann wollen wir hier weiter in die Hüfte wandern. Wir ziehen das Knie nach oben. Wir bringen das Knie zur Seite raus. Treten nach hinten. Ziehen wieder rein. Drehen raus. Treten nach hinten. Und auf der anderen Seite. Ihr merkt es hier. Dehnt es auf. Hinten muss sich der Hintern anstrengen. Und alles wird angenehm warm. Gut. Noch ein bisschen breiter stellen. Einmal ins Hüft kreisen. Versuch die Kreise so groß wie möglich zu machen. Wechseln. Gut. Das soll für unser Unterkörper reichen. Wir machen weiter mit dem unteren Rücken. Ein bisschen Dehnung ist tatsächlich sogar immer noch drin für die Hintermuskulatur. Und zwar schieben wir den Hintern ganz weit nach hinten raus, sodass der Oberkörper nach vorne geht mit geradem Rücken. Wir nehmen das Schwert nach vorne. Und jetzt schieben wir einfach den Hintern wieder nach vorne. Und hier kriegt unser unteren Rücken ein bisschen was zu tun. Und die Rückseite unserer Oberschengel, unserer Wagen und der Hinterns werden auch noch angegeben. Okay. Passt. Ein bisschen in die Rotation wollen wir auch gehen. Das Schwert auf Schulterhöhe. Und führen uns ein paar Mal zu beiden Seiten. Nehmen uns über den Kopf. Und führen den gesamten Oberkörper mal zur Seite. Okay. Dann wollen wir noch ein bisschen Rotation reinbringen. Passt das Schwert oder einen Stab an beiden Enden an. Und jetzt drehen wir hier auf. Führen das hinter unserem Körper. Und nehmen den ganzen Körper mit in diese Rotation rein. Und in die andere Richtung. Gut. Dann gehen wir zu den Schultern und kreisen. Hier ein paar Mal nach vorne. Und nach hinten. Und wir machen Arme kreisen. Jetzt könnt ihr das Schwert einmal kurz ablegen. Wenn eure Decken noch höher sind als meine, könnt ihr das auch direkt mit dem Schwert machen. Und in die andere Richtung. Und dann einmal ganz kurz den Bizeps. Einfach ein paar Mal das Schwert geben. Die Ellenbogen bleiben am Oberkörper dran. Je mehr Gewicht ihr habt, desto anstrengender ist das natürlich. Aber wie gesagt, wir wollen einfach nur ein paar Mal bewegen und die Muskeln aktivieren. Die Trizeps wollen wir auch noch haben. Dazu bringen wir das Schwert hier über den Kopf. Lassen die Arme hinter dem Kopf fallen. Die Ellenbogen bleiben an der gleichen Stelle. Und dann drückt ihr das Schwert hier wieder raus. Am besten ist es hier, wenn eure Hände ungefähr im Schulterabstand auseinander sind. Gut. Dann haben wir noch den Kopf. Wir schauen einmal nach unten und nach oben. Und nach links und rechts. Dann neigen wir nach links und nach rechts. Und dann noch einmal auslockern. Und jetzt solltet ihr warm genug sein für alle Übungen, die innerhalb dieses Kurses erstmal auf euch zukommen. Vielen Dank. Willkommen zu dieser ersten Lektion. Wir lernen jetzt schon vier Schläge, drei Positionen, ein bisschen Fußarbeit, also schon eine ganze Menge. Aber vorher wollen wir uns natürlich gucken, wie wir erstmal allgemein stehen. Und dazu solltet ihr relativ gerade sein. Sowohl im Rücken, also Brust raus, Bauch rein, Kopf und Kinn hoch. Die Hand, die ihr nicht benutzt, kann entweder in die Hüfte, sie kann vor die Brust genommen werden oder hinter den Rücken. Und eure Beine sollten relativ gerade, aber nicht durchgestreckt sein. Es hilft immer zu lächeln. Da lernt es sich viel besser. Und das Schwert in eurer führenden Hand zu haben. Gut, die erste Position, die wir uns anschauen, ist Gavia-Alter. Dazu nehmt ihr das Schwert hoch und macht einen kleinen Schritt mit dem rechten Fuß nach vorne. Das Schwert zeigt nach oben, beziehungsweise leicht nach hinten. Und von hier aus machen wir unseren ersten Schlag. Und zwar einen Schlag von oben nach unten, ein Fendente. Und dieser soll an unserer linken Körperhälfte enden. Das heißt, er kommt leicht von rechts und geht nach links. Und solche Schläge werden als Mandriti bezeichnet. Oder ein Mandrito. Zusammen also ein Schlag von hier oben. Nach unten links ist ein Mandrito Fendente. Und was wir jetzt noch machen wollen, ist den rechten Fuß ein bisschen mehr nach vorne zu bewegen. Und dann kommen wir hier unten an. Das ist ein Mandrito Fendente, weil es von oben kommt. Und Mandrito kommt für Rechtshänder von rechts. Für Linkshänder kommen sie tatsächlich von links. Und jetzt ziehen wir das Schwert auf der gleichen Linie direkt wieder nach oben. Und zwar jetzt mit der falschen Schneide leitend. Und das ist direkt schon unser zweiter Schlag. Lass die Arme bei diesen Schlägen schön gestreckt. Und dieser Schlag mit der falschen Schneide ist ein Falzo. Und da er von der linken Seite jetzt kommt, ist es ein Falzo Manco. Okay, bleiben wir einmal kurz oben stehen. Wir können natürlich auch das Schwert von oben nach unten ziehen. Also auch wieder als Fendente. Aber es kann ja auch an unserer eigenen rechten Körperhälfte enden. Und dann kommt der Schlag eben leicht von links. Ist immer noch ein Fendente, aber jetzt ein Roverso Fendente. Roversi ist die Mehrzahl. Kommen für Rechtshänder von links und für Linkshänder von rechts. Und ihr seht, wir machen die ganze Zeit hier volle Schläge. Das heißt von ganz oben bis nach ganz unten. Und auch hier schlagen wir im Prinzip schon wieder ein Falzo nach oben. Und diesmal ist es ein Falzo Drito. Drito, einfach die Kurzform von Mandrito. Der Schlag von rechts für Rechtshänder. Das ist also ein Falzo, der von rechts unten kommt. So, und oben sind wir hier wie gesagt im Garnier Alter. Die höchste der Position, die wir irgendwie formen können. Und hier unten sind wir entweder, wenn das Schwert an unserer linken Seite ist, wenn wir also ein Mandrito Fendente schlagen, dann sind wir hier unten in Porta di Ferro. Und genauer gesagt in Porta di Ferro Lager. Denn in den Lager Position zeigt das Schwert nicht auf dem Jäger und ist eher nach unten ausgerichtet. Schlagen wir aber ein Reverso Fendente. Also von links nach rechts endet das Schwert ja auch in unserer rechten Körperhälfte. Und dann sind wir hier in der Position Coda Longa Lager. Wie der Lager, weil das Schwert zeigt ja nicht auf den Gegner. und die Position hier mit dem Schwert an eurer rechten Seite ist Coda Longa. Von Coda Longa und Porta di Ferro gibt es mehrere Varianten, die wir im Laufe dieses Kurses anlernen werden. Aber das sind eure vier Schläge. Mandrito Fendente. Overso Fendente. Falzumango von links unten nach rechts oben. Den Arm schön gestreckt dabei lassen. Jetzt haben wir die Schläge schon schön aus dem Arm geführt. Wie gesagt, immer schön mit gestreckten Armarbeiten. Wir wollen ja die maximale Reichweite des Schwertes auch tatsächlich ausnutzen und die Schläge nicht kurz ziehen, ohne dass wir es wollen. Das zweite ist, was wir brauchen, ist tatsächlich den Rest unseres Körpers. Und entscheidend dafür ist unsere Hüfte und unsere Füße. Wenn wir also einen Schlag von rechts oben nach links unten ziehen, wollen wir auch unsere rechte Hüfte nach vorne bringen. Und dazu kann in der Ausgangsposition der vordere Fuß etwas nach außen zeigen. Und wenn wir jetzt einen Schlag führen von rechts oben nach links unten, geht die Hüfte nach vorne und der Fuß dreht zurück. Das ist wie beim Boxer, der die Schultern und die Hüfte auflädt, um einen kräftigen Schlag zu machen. Also von der Seite, wir laden die rechte Hüfte auf, sie zieht zurück und beim Schlag geht sie wieder nach vorne und der Fuß ist dann auf den Gegner wieder ausgerichtet. Also aufziehen die Hüfte und schlagen. Und bei dem Fallzu genau das Gegenteil. Die rechte Hüfte ist ja jetzt eh schon vorne und die linke hinten. Das heißt, die linke Hüfte ist aufgeladen für einen Schlag, nämlich genau für diesen Fallzu-Manko, den wir hier wieder nach oben ziehen können. Und ihr könnt sowohl über den Fußbein des vorderen Fußes rotieren, als auch hinten. Versucht es Stück für Stück zu machen, wie es euch bequem ist. Aber nehmt den Körper mit, um die Bewegung zu unterstützen. Wenn wir ein Reverso führen, sollte natürlich dann die linke Hüfte nach vorne gehen. Und hier in Coda Longa, insbesondere wenn der rechte Fuß vorne ist, zeigt dieser rechte Fuß dann eben auch meistens leicht nach außen. Also, Schlag kommt von links, linke Hüfte geht nach vorne. Schlag kommt von rechts unten, rechte Hüfte geht nach vorne. Schlag kommt von rechts, rechte Hüfte lädt auf und geht nach vorne. Schlag kommt von links, linke Hüfte geht nach vorne, rechte Hüfte zurück. Okay, dann wollen wir uns noch ein bisschen durch den Raum bewegen. Und dazu nutzen wir auch halbe Schritte. Und halbe Schritte sind einfach solche, bei denen der vordere Fuß der gleiche bleibt. Also ist mein rechter Fuß der vordere, dann bleibt dieser es auch. Dazu geht der rechte Fuß nach vorne und der linke zieht nach. Oder zurück, der linke Fuß geht nach hinten und der rechte zieht nach. Das sind halbe Schritte. Und das können wir jetzt mit unseren Schlägen verbinden. Und zwar können wir immer einen halben Schritt auf jeden Schlag machen. mit Mandriti Fendenti und Falzi Manchi. Oder auf der anderen Seite mit einem Proverso Fendente und einem Falzi Dritto. Gut, das war eure erste Lektion. Manchi Fendenti. Manchi Fendente Fendenti und Falzi Dritto und Falzi Manchi. Gardea Alta. Coda Longa Laga. und Porta di Ferro, Lager. Ein halber Schritt. Vielen Dank und viel Spaß bei der Übung. Hallo und herzlich willkommen zur Übung für die erste Lektion. Wir beginnen mit einem kleinen Drill und dann wollen wir etwas ins interaktive Training gehen. Fangen wir erstmal mit den Drill an, noch ganz ohne Fußarbeit. Wir gehen in Gardia, Alter und schlagen einen Mandrito-Fendente in Porta di Ferro, Lager. Von hier aus schlagen wir einen Falso Manco, wieder in Gardia, Alter. Gefolgt von einem Proverso-Fendente in Coda Longa, Lager. Und nun folgt ein Falso Dritto und wir gelangen wieder in Gardia, Alter. Wir nehmen die Hüften mit, laden auf. Magrito-Fendente, Falso Manco, Proverso-Fendente, Falso Dritto. Die Schlebe kommen von rechts, rechts, links, links. Unten, oben, unten, oben. Und im Prinzip zeichnen wir hier eine Schleife vor uns. Lass die Arme schön gestreckt. Und auch die Handgelenke gerade. Wir wollen nicht das Handgelenk überspannt oder überdehnen, sondern die Hand bildet eine Linie mit dem Arm. Der Ellenbogen ist nicht durchgestreckt. Aber lang. Von hier. Und jetzt machen wir ein bisschen Fußarbeit dazu. Und zwar auf jeden Fendente machen wir einen halben Schritt nach vorne oder hinten, so wie euer Platz es zulässt. Also, Fendente Schritt aufziehen. Und ich mache jetzt hier sehr kleine Schritte. Meine Füße sind sehr dicht zusammen. Wenn ihr mehr Platz habt, macht es gerne auch weiter. Kommen wir zum interaktiven Teil. Und zwar solltet ihr jetzt reagieren auf einen Schlag, den ich mache. Und zwar soll dieser Schlag, den ich gegen euch schlage, in die Luft gehen. Das heißt, ihr sollt zurückweichen. Und zwar starten wir dazu in Coda Longa Elaga. Wir gehen mit einem halben Schritt zurück und ziehen den vorderen Fuß bis nach hinten an unseren hinteren Fuß ran. Und dabei heben wir unser Schwert in Gardia Alta. Sodass der Schlag vor uns ins Leere geht. Und dann wollen wir selbst kontern. Und zwar mit einem eigenen Schlag mit Ausfall. Also auch wieder ein Stück und ein Schlag. Das heißt, von vorne. Wir weichen aus und kontern. Wir weichen aus und kontern. So, jetzt soll euer eigener Schlag, mein Schwert natürlich idealerweise am Ende decken. Das heißt, wenn ich von rechts schlage, ist das Schwert am Ende auf eurer rechten Seite. Das heißt, ihr müsst von links nach rechts schlagen, damit euer Schwert hier meins überkreuzt. Das heißt, ich schlage einen Reverso Fendente. Ihr weicht zurück. Und kontert dann mit einem, äh, ich sorry, ich habe einen Mandrito Fendente geschlagen. Ihr kontert mit einem Reverso Fendente. Machen wir das dreimal. Zurückweichen. Reverso Fendente. Zurückweichen in Gardia Alta. Reverso Fendente. Und noch einmal. Zurückweichen. Konter. Und von der anderen Seite, weicht ihr zurück und schlagt dann ein Mandrito Fendente. Ich schlage ein Reverso. Ihr schlagt ein Mandrito. Zurückweichen. Vor und Mandrito Fendente. Zurückweichen. Vor und Mandrito Fendente. Okay. Seid ihr bereit? Jetzt kommen die Schläge abwechselnd von links und von rechts in einer beliebigen Reihenfeiler. Zurückweichen und kontern. Und oben reagieren, wo euer Schlag hinkommen muss. Nehmt die Hüfte mit. Arme geraden lassen. Lasst euren Boden ganz. Lasst euren Lampen ganz. Zurückweichen. Reverso Fendente. Zurückweichen. Mandrito Fendente. Versuch zu erkennen, welchen Schlag ich machen werde, noch bevor ich ihn mache. Zurückweichen. Kontern. Ich mache einen Angriff, der zu lang ist. Ihr lasst ihn ins Leere abweichen und kontern. Gut, das soll reichen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr diese Übung gerne nochmal machen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Lektion. Mit der nächsten Übung lernen wir genau genommen noch ein bisschen neue Fußarbeit. Wir beginnen erstmal wieder mit einem Solo drin und dann kommt ein interaktiver Part. Also, wir kennen die halben Schritte. Vorderer Fuß geht vor, der hintere zieht nach. Da wir mit dem rechten anfangen, geht also rechts vor, links zieht nach. Oder wenn wir zurückgehen, links geht zurück, rechts zieht nach. Diese halben Schritte können wir natürlich nicht nur vor und zurück machen, sondern wir können ja auch unsere Position im Vergleich zu unserem Gegner verändern, indem wir beispielsweise nach rechts gehen und der linke zieht nach. Oder wir gehen nach links und der linke zieht nach und wir verändern unseren Linke. Also, wir können uns hier im Prinzip auch in der Horizontalen bewegen. Und das nächste, was wir machen können, ist, gerade wenn wir zurückgehen, nicht nur einfach linken zurückziehen und rechten hinterher setzen, sondern wir können ja versuchen, auch manchmal vielleicht etwas schneller zurückzuweichen, indem wir abspringen. Und dazu drücken wir uns mit dem vorderen Fuß ab und landen dann auf unserem hinteren Fuß. Also, halber Schritt vor und ein kleiner Sprung zurück. Im Prinzip ist es gar nicht anders als ein halber Schritt, einfach nur ein bisschen energetischer ausgeführt, aber ein ganz wichtiges Element im Boloneser Fechten. Gehen wir das Schwert dazu und zwar wollen wir ein Mandrito Fendente schlagen und dabei nach rechts gehen mit einem halben Schritt. Also, wir gehen nach rechts, ziehen den linken Fuß nach und schlagen bei dem ersten Schritt mit dem Mandrito Fendente, bis wir in Porta di Ferro Lager sind. Von hier aus wollen wir zurückweichen und zwar mit einem Falzo Manco. Wir gehen also hier wieder in Gardia Alta. Aber jetzt springen wir dabei zurück. So, und jetzt wollen wir wieder in die andere Richtung gehen, das heißt, wir schlagen jetzt eine Reverso Fendente und gehen dabei nach links. Und auch von hier können wir zurückspringen und wieder mit einem Falzo die Aktion beenden, jetzt einen Falzo Drito, um wieder in Gardia Alta zu kommen. Also, Mandrito Fendente nach rechts gehen, Falzo Manco nach hinten springen, Proverso Fendente nach links gehen und Falzo Drito wieder ein kleiner Sprung nach hinten. Jetzt machen wir noch ein paar Mal. Nach rechts, zurück, nach links, zurück. Versucht, die Rotation mal ein bisschen größer zu machen, je nachdem wie viel Platz ihr dabei natürlich habt. Wir sind hier in Porta di Ferro Lager, dann wieder in Gardia Alta, dann sind wir in Colalonga Lager und wie ein Gardia Alta. Okay, soll reichen. Jetzt wieder in einem interaktiven Dill, das heißt, ihr reagiert auf Sachen, die ich mache. Und was wir jetzt machen, ist ein Parade-Konter-Drill. Natürlich ist es wahnsinnig schwierig, sich vorzustellen, wie man tatsächlich einen Schlepp pariert, das heißt, diese Übungen können auf jeden Fall nur ergänzend in eurem Training sein. Idealerweise könnt ihr all diese interaktiven Dill auch mit einem Partner ausführen. Also schnappt euch einfach jemanden und überzeugt ihn, dass Schwertkämpfen eine ganz tolle Sportart ist. Aber ihr könnt trotzdem schon die Fußübung, die Fußarbeit ganz gut lernen und lernen zu reagieren auf einen Input, den ich euch jetzt gebe. So, und zwar, ich werde angreifen, wieder aus Gardia Alta, mit entweder einem Mandrito-Fendente oder einem Reverso-Fendente. Wenn ich ein Mandrito-Fendente mache, möchte ich, dass ihr auch selber einen Mandrito-Fendente schlagt, der diese Linie hier kreuzt und im Prinzip diesen Schlag wegblockt. Dabei geht ihr vom Schleimenschwert auch weg und also ein Stück in diese Richtung. Das heißt, ihr schlagt den Mandrito-Fendente und geht nach rechts und dreht euch ein bisschen ein, so wie wir es gerade geübt haben. Wenn ihr das gemacht habt, zieht ihr den Pfeil zu hoch, im Prinzip direkt auf mich und springt dabei zurück, um euch wieder außer Distanz in Sicherheit zu begeben. Das heißt, wir machen das einmal, ein paar Mal locker, nur der Mandrito-Fendente, dreimal. Ich schlage, ihr geht zur Seite und schlagt selbst ein Mandrito-Fendente. Und jetzt, Fall zum Manko, wieder nach oben und zurückspringen. Noch einmal. In der Mandrito-Fendente nach rechts gehen, Fall zum Manko und zurück. Noch einmal. Gut. Im Prinzip genau wie der erste Teil des Solotrills, den wir gerade gemacht haben. Und jetzt auf der anderen Seite, ich schlage ein Reverso-Fendente. Ihr geht diesmal nach links, also auch wieder vom Schwert weg. Und schlagt selber ein Reverso-Fendente, der diese Linie kreuz, also diesen Schlag hier abwehrt. Und zieht dann ein Fall zu, diesmal ein Fall zu dritt und nach oben, während ihr zurückspringt. Fangen wir das dreimal. Fall zu dritt und zurück. Der Reverso blockiert meinen Reverso. Und der Fallso ist der Konter, während ihr euch in Sicherheit bringt. Und noch einmal. Okay. Und jetzt gebe ich euch diese beiden Schläge wieder in einer beliebigen Reihenfolge. Und ihr müsst selbst trainieren. Fangen wir jetzt locker an. Durch eure Fußarbeit kreiert ihr im Prinzip hier einen Winkel, der euch die Verteidigung leichter macht. Und der Fallso geht idealerweise über meinen Oberkörper, durch mein Gesicht, während ihr selbst zurückspringt und euch in Sicherheit bringt. Denkt daran, den Arm schön ausgestreckt zu lassen. Das Handgelenk bleibt gerade und stabil. Rücken gerade, Kopf hoch. Lächer nicht vergessen. Vielen Dank. Okay, das soll soweit reichen. Falls ihr Lust habt, macht diese Übung natürlich direkt nochmal. Ansonsten legen wir uns zur nächsten Lektion. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Übung. Ich hoffe, ihr seid gut aufgewärmt, denn wir wollen direkt reinschlagen. Letzte Woche haben wir ja hauptsächlich ganze Schläge geschlagen. Oder Kolpi in Teri oder ein Kolpo in Tero. Und zwar aus Gardier-Alter haben wir direkt einen ganzen Schlag in Porta, die Ferrolaga, geschlagen. Beziehungsweise ein Reverso-Fendente in Kolalonga-Lager. Nun ist es nicht immer die beste Idee, das Schwert völlig aus der Präsenz des Gegners zu nehmen. Und daher gibt es auch die Möglichkeit, das Schwert letztendlich auf den Gegner ausgerichtet zu lassen. Und zwar, indem man das Schwert nur zu einem halben Schlag ausführt. Und diese heißen im Italienischen Mezzi-Kolpi. Also Kolpo in Tero, Mezzo-Kolpo. Und genauer gesagt, der Schlag von rechts oben, also der Mandrito-Fendente, wird jetzt als Mezzo-Mandrito-Fendente bezeichnet. Oder von links als Mezzo-Riverso-Fendente. Und die Positionen, die wir hier erreichen, sind natürlich immer noch Porta di Ferro und Kodalonga. Aber im Vergleich zu Porta di Ferrolaga und Kodalonga-Laga, werden diese jetzt Porta di Ferro-Streta und Kodalonga-Streta genannt. Und Laga und Stretta bedeuten eigentlich nichts anderes als Nah und Fern. Also Stretta-Nah, Laga-Fern. Und das hängt natürlich mit unserer Distanz zu unserem Gegner zusammen. Die Lagerposition oder die Kolpi in Teri sind eher zu verwenden, wenn wir noch eine große Distanz zum Gegner haben. Wenn wir viel Zeit zum Reagieren haben und diese großen Schläge tatsächlich noch sicher ausführen können. Stellen wir uns vor, wir sind sehr nah am Gegner dran und dieser Schlag verfehlt vielleicht. Dann ist es vielleicht nicht die beste Idee, dieses Schwert jetzt hier unten zu haben. Man sollte also einen guten Plan verfolgen, warum man jetzt hier alles oben aufmacht. Daher auf nahe Distanz, also im Stretta, ist es eher zu empfehlen, auch die Stretta-Position zu nutzen. Also, Mezzo Mandrito-Fendente oder vielleicht einfach nur Mezzo Mandrito und Mezzo Reverso. Porta di Ferro-Streta und Kodalonga-Streta. In diesen Positionen ist meine Hand auf der Höhe meiner Hüfte, sowohl vertikal, also hier, als auch horizontal. Wenn mich der Reverso von links nach rechts schützt, also die Position Kodalonga-Streta schützt jetzt meine rechte Seite, dann sollte auch meine Hand ungefähr seitlich auf der Höhe meiner rechten Hüfte sein. Genauso sollte nach einem Mezzo Mandrito, also in Porta di Ferro-Streta, die Hand ungefähr horizontal auf der Höhe meiner linken Hüfte sein. Die Falzi werden tatsächlich nicht nochmal in Mezzi-Falzi oder komplette Falzi unterschieden. Aus Porta di Ferro-Streta und Kodalonga-Streta wird immer noch einfach dieses Hochziehen mit der falschen Klinge als Falzi Drito oder Falzi Manko bezeichnet. Okay, ein weiterer sehr wichtiger Angriff im historischen Schwertkampf ist das, wenn wir nicht nur unsere Klinge benutzen, sondern auch die Spitze, also den Ort unseres Schwertes. Und das sind die Stiche. Und die ersten Stiche, die wir lernen werden, sind die Stoccati oder ein Stoccata. Und das ist der Stich von unten. Gehen wir also nochmal in Porta di Ferro-Streta. Dann bietet es sich aus dieser Position ja an, direkt die Spitze nach vorn zu führen. Und die Position, die wir dabei erreichen, ist Gardia di Fatscha. Diese können wir natürlich auch aus Kodalongas-Tretta erreichen. Und sie beschreibt sich dadurch, dass wir ins Profil gehen, also in unserem Leben ja nur unsere Seite zeigen, die Hand nach vorne streckt und die Handfläche nach oben zeigt. Unsere Fingerknöchel zeigen dementsprechend nach links für uns. Als würden wir hier unserem Gegner etwas anbieten und in der Tat, wir bieten unsere Spitze an. Wichtig ist wirklich diese Hüftrotation. Wenn wir das also mal mit Kodalongas-Tretta vergleichen, wo unsere rechte Hüfte ja auflädt, dann wenn wir hier nur die Hand nach vorne führen würden, hätten wir hier immer noch ein sehr großes Körperprofil und auch Reichweite verschenkt. Also den Körper eindrehen und ohne einen Schritt zu machen, gewinnt ihr hier Reichweite und auch ein geringeres Profil der Seite, also schwerer anzugreifen. Und Gardia di Fatscha, wie gesagt, die Ware-Schneide unserer Fingerknöchel oder unsere Fingerknöchel zeigen nach links, die deckt uns auch in der Regel am besten nach links. Natürlich gibt es auch eine Position, die uns nach rechts deckt und das ist Gardia dentrava. Also Gardia di Fatscha, Handfläche zeigt nach oben oder Gardia dentrava, Handfläche zeigt nach unten. Gardia di Fatscha, Fingerknöchel und Ware-Schneide zeigen nach links. Gardia dentrava, Fingerknöchel zeigen nach rechts, Handfläche zeigt nach unten. Und der Stich, den wir durch das Übergehen in diese Position ausüben, ist hier aus den Stretta-Positionen immer ein Staccata. Staccata. Okay? Gut. Also fassen wir nochmal zusammen, was wir heute alles gelernt haben. Wir können Mezzikolpi schlagen, nämlich den Mezzumandrito oder genauer Mezzumandrito-Fendente und den Mezzuriverso bzw. Mezzuriverso-Fendente. Die Positionen dazu heißen Porta di Ferro-Streta und Coda-Longa-Streta. Wir kennen Staccati oder ein Staccata und den können wir ausführen, indem wir in Gardia di Fatscha gehen oder in Gardia dentrava. Gardia di Fatscha, Handfläche zeigt nach oben, deckt unsere linke Seite. Gardia dentrava, Handfläche zeigt nach unten, Fingerknöchel zeigen nach rechts. Gut. Dann haben wir eine ganze Menge zum Üben und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zur Übung, zur zweiten Lektion. Der erste Drill, den wir machen, ist eine kleine Abhandlung, ein Tassolo-Drill von letzter Woche. Indem wir jeweils ein Mandrito geschlagen haben, dann ein Falzo manco in ein Reverso, in ein Falzo dritto. Also im Prinzip diese Schleife vor uns gezeichnet haben. Und diesen Drill können wir natürlich auch ausführen mit Mezzikolten. Wir fangen also an in Gardia Alta und wir schlagen ein Mezzo mandrito. Wir schlagen ein Falzo manco und einen Reverso. Wieder ein Mezzo mandrito, Mezzo reverso. Falzo dritto und Mandrito. Falzo manco, Mezzo reverso. Und wir alternieren hier zwischen Porta di Fervo stretta und Coda Longas stretta. Beim nach vorne gehen folgt der Schritt im Prinzip auf den Fendente, also den Schlag von oben. Beim rückwärts gehen kann der Schritt natürlich schon mit dem Falzo erfolgen. Und in diesen Drill können wir jetzt wunderbar unsere beiden Stiche einbauen. Und das machen wir, indem wir, nachdem wir in Porta di Fervo stretta sind, in Gardia di Fatscha gehen und dabei einen halben Schritt nach vorne machen. Oder wenn wir in Coda Longas stretta sind, in Gardia di Fatscha gehen und einen kleinen Schritt nach vorne machen. Oder zurück, je nachdem wie ihr Platz habt. Also, bringen wir das alles zusammen. Mezzo mandrito, Gardia di Fatscha. Mezzo reverso, Gardia d'Entrava. Mezzo mandrito, Stich. Mezzo reverso, Stich. Zwischendurch probiert ruhig mal aus, einfach nur den Oberkörper nach vorne oder nach hinten zu legen. Also, Mezzo mandrito, Stich. Ihr habt eine ganze Menge Reichweite. Mezzo reverso, Stich. Und gerade weil es eben hier nur eine schnelle und direkte Aktion ist, von den Stretta-Positionen in den Stich zu gehen, denkt Giovanni da da Gocke ja auch, dass der Stich der bessere Angriff ist. Das Schwert bleibt die ganze Zeit in der Präsenz eures Gegners. Es ist schneller, denn ihr seid näher dran und müsst nicht, wie hier zwischendurch, das Schwert immer wieder aufziehen. Und der Stich ist generell etwas gefährlicher, daher leichter durch Kleidung geht und etwas tödlicher ist. Gut. Dann wollen wir das in einen interaktiven Dreh einbauen. Ich werde euch Mandriti und Reverse geben, das heißt Schläge von rechts und von links. Und ihr werkt jeweils ab. Wenn ich einen Mandrito schlage, schlagt auch ihr einen Mandrito, der wieder diese Linie überkreuzt. Ein Mezzo mandrito diesmal. Und wie gesagt, das ist eine Parade, wenn man es genau nimmt und es ist schwierig, das zu simulieren, wenn man noch nie gegen ein anderes Schwert gekämpft hat. Das kann euer Training aber trotzdem schon mal ganz gut vorbereiten, wenn ihr irgendwann in Partner Drills übergehen möchtet. Wenn ihr das Schwert überkreuzt habt, geht ihr dann direkt in den Stich über. Also nach dem Mandrito, in Guardia di Fatia. Oder nach dem Reverso, in Guardia dentrara. Und versucht euch auch hier, wie in der letzten Woche, ein Stück zur Seite zu bewegen. Also mit einem Mandrito geht ihr nach rechts. Mit einem Reverso geht ihr nach links. Okay. Bereit? Dann kommen jetzt Abwechslenschläge von rechts und von links. Parade wie Post. Denkt schön an eure Körperhaltung. Streckt die Arme. Das Kinn hoch. Und ein Lächeln schalten. Gut, jetzt sollen wir nur noch eine weitere Stufe dazu nehmen. Und zwar werde ich auch jetzt Schläge nach unten schlagen. Und wenn ich nach unten schlage, dann könntet ihr natürlich die Versuchung abzuwehren, indem ihr ein Corpo in Thero schlagt. Aber viel schöner wäre es doch, direkt den Gegner gegen anzugreifen und den Fuß aus der Gefahr heraus zu bewegen. Denn eure Reichweite und auch meine Reichweite beschreibt ja nichts anderes als einen Kreis um mein Schultergelenk. Das heißt, auf Schulterhöhe habe ich maximale Reichweite. Ich würde meine Tür hier also erreichen. Aber nach unten wird sie immer geringer. Das heißt, ich habe ganz natürlich eine geringere Reichweite nach unten und es ist schwerer, dadurch die Füße zu erreichen. Deswegen kann es unter Umständen eine schöne Aktion sein, wenn ihr versucht, nach unten zu blocken und dann erst gegen anzugreifen. Wenn ihr direkt den Fuß aus der Reichweite des Gegners herauszieht oder vielleicht sogar noch weiter, je nachdem. Und direkt zu einem Stich, also einem Angriff mit eurer maximalen Reichweite kontert. Also wenn ich ein Mandritus nach unten schlage, also ein Mandritus nach unten, dann zieht ihr hier euer Bein zurück und streckt euer Schwert in Gardia di Fatscha. Schlag kommt für mich von hier. Ich strecke meinen Arm und ziehe das Bein zurück. Schlag kommt von meiner anderen Seite. Ich ziehe das Bein zurück und strecke meinen Arm in Gardia di Fatscha. Machen wir das jeweils nur dreimal isoliert. Erst mit Schlägen von rechts. Also ihr zieht das Bein zurück und geht in Gardia di Fatscha. Und auf der anderen Seite mit Reversi. Gut, dann nehmen wir alles zusammen. Ich kann sowohl nach oben schlagen, als auch nach unten. Wenn ich nach oben schlage, pariert ihr und kontert. Wenn ich nach unten schlage, zieht ihr das Bein zurück und kontert direkt. Eure Startposition ist immer entweder Coda Longa Stretta oder Porta di Ferro Stretta. Okay, bereit? Dann geht's jetzt los. Wir fangen hier erst wieder schön entspannt an. Denn wir trainieren hier nicht nur unseren Körper, sondern auch gleichzeitig unseren Kopf. Ich trainiere euch im Prinzip meine Bewegungen hier zu erkennen. Okay. Okay. Vielen Dank. Jetzt werden wir ein bisschen schneller. Gut. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, macht die Übung direkt nochmal. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Lektion. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Lektion. In den ersten beiden Lektionen haben wir uns ja durch den Raum bewegt, in dem wir hauptsächlich halbe Schritte verwendet haben. An der vordere, der rechte Fuß, blieb immer der gleiche. Klar, wir haben da schon leichte Abwandlungen von geübt, indem wir beispielsweise zurückgesprungen sind. Ein schnellerer Rückzug, ein sogenannter Salto. Und wir haben auch schon geübt, wie wir den vorderen Fuß nur zurückziehen, um dann beispielsweise mit einem Ausfallen zu kontern. Und dieses Zurückziehen heißt beispielsweise Kawai Kata. Jetzt kann man sich aber auch auf viel mehr Atem durch den Raum bewegen. Und gerade wenn wir so nützliche Winkel im Schwertkampf zum Gegner einöffnen wollen, wir haben uns ja schon auch viel horizontal bewegt, dann ist es ja auch mal ganz nützlich, den linken Fuß nach vorne zu setzen. Und dieser ganze Schritt, den wir so machen, also das Passieren des hinteren Fußes nach vorne, ist ein sogenannter Passata. Und im Prinzip all unsere Schläge, die wir schon kennen, aber auch unsere Stiche, können auch mit so diesen Passata oder Passati, in dem Fall plural, ausgeführt werden. Die Position, die wir dann aber erreichen, heißen zum Teil etwas anders. Also, gehen wir mal wieder von Guardia Alta aus und schlagen jetzt ein Mandrito Fendente als Colpo Intero, also als ganzen Schlag nach unten links, aber gehen jetzt mit dem linken Fuß nach vorne. Dann landen wir ja hier in einer Position, die eigentlich relativ ähnlich ist zu Porta di Ferro Laga. Und in der Tarkness schützt ja immer noch unsere linke Seite, genau wie Porta di Ferro. Sie wird aber jetzt ein bisschen anders benannt. Und zwar sind diese Positionen auf der linken Seite, wo mein linkes Bein vorne ist, sind Gingliare Porta di Ferro. Gingliare ist der Eber, oder also das männliche Wildschwein. Und verbindet hier Positionen, die historisch irgendwie mittlerweile scheinbar zusammengewachsen sind. Also Gingliare Porta di Ferro, genauer gesagt Gingliare Porta di Ferro Laga hier, unterscheidet sich von Porta di Ferro Laga nur dadurch, dass hier das linke Bein vorne ist. Ganz wichtig, wenn der Schlag von rechts kommt, obwohl das linke Bein nach vorne geht, ist es dennoch, die rechte Hüfte nach vorne zu schieben. Die Hüfte unterstützt unsere Schulter und damit im Prinzip die Art, wie wir diesem Schlag Kraft verleihen. Und da unterstützt uns natürlich auch darin, dass wir hier immer noch Reichweite bekommen. Drehe ich meine Hüfte nicht nach vorne, habe ich viel geringere Reichweite, als wenn ich hier nach vorne schiebe. Der Fuß geht etwas auf, man setzt den Fuß auf die Diagonale und so gewinne ich hier sowohl Reichweite als auch Porta. Für diese Position, Gingliare Porta di Ferro gibt es natürlich nicht nur in der Laga Variante, sondern wenn ich einen Mezzo Mandritus schlage und den linken Fuß nach vorne setze, komme ich auch in Gingliare Porta di Ferro Stretta. Also hier folgen diese ganzen Positionen eben dieser Logik. Laga, Schwert zeigt nach unten zum Boden, Stretta, das Schwert zeigt auf den Gegner. Horizontal, aber auch vertikal ist das Schwert hier immer noch an meiner linken Körperseite, auf Hüfthöhe. Und wenn ich jetzt einen Proverso schlagen möchte und das linke Bein nach vorne nehme, dann geht das natürlich auch und wir kommen in eine Position, die ja eher Codalonga ist. Also Porta di Ferro deckt unsere linke Seite, Codalonga deckt unsere rechte Seite. So wahr hier, wenn hier der rechte Fuß vorne ist, dann sind wir hier in Codalonga Stretta. Wenn der linke Fuß hier vorne ist, heißt diese Position allerdings Codalonga Alta. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Denn Alta heißt ja normalerweise hoch, wie Guardia Alta. Und in der Tat, auf der anderen Seite, auf der linken Seite, gibt es auch die Position Porta di Ferro Laga, Stretta und Alta. Einfach weil die Hand tatsächlich ein bisschen höher ist. Nämlich auf Höhe des Brustbeines vertikal, horizontal immer noch auf der Hüfthöhe meiner, also an meiner linken Hüftseite. Und genauso, wenn ich im Giniare Porta di Ferro bin, gibt es hier Laga, Stretta und Alta. Der Clou ist, bei Codalonga unterscheidet sich Codalongas Stretta und Alta nur dadurch, welcher Fuß vorne steht. Die Höhe der Hand ist hier nicht nochmal genauer beschrieben. Soll die Hand hier hoch sein, wird meistens eben von Guardia Dentrara gesprochen. Weil jetzt muss man sich fragen, okay, die Positionen, die Guardias verlassen hier so ein bisschen ihre innere Logik. Und auch Giovanni della Goccia schreibt darüber kurz in seinem Buch, dass man diese Position, diese Guardias ja auch anders benennen könnte. Aber er entscheidet sich dann eben bewusst dagegen, weil ihm klar ist, dass diese Positionen, die Guardias, schon seit Jahrhunderten von Jahren irgendwie im Umlauf sind, in dem einen oder anderen Schwertkampfsystem. Und die Menschen in seiner Zeit kennen diese Position eben genau bei diesen Namen. Und dementsprechend sagt er, es wäre eine brotlose Kunst, die jetzt umzubenennen und würde nur unnötig Arbeit machen. Aber er entscheidet sich bewusst für diese historisch geborenen Namen und so ein bisschen Quirkiness gibt dem Ganzen doch auch ein bisschen Charme. Also müssen wir damit klarkommen. Also, wenn wir einen Reverso schlagen, der rechte Fuß vorne ist, sind wir hier in Coda Longa Stretta. Wenn wir diesen gleichen Mezzo Reverso schlagen und der linke Fuß vorne ist, sind wir in Coda Longa Alta. Und jetzt wird es noch lustiger, denn wir kennen ja auch Coda Longa Laga. Und die gleiche Position mit dem linken Fuß vorne ist immer noch Coda Longa Laga. Hier wird also sprachlich überhaupt kein Unterschied gemacht. Dann steht einfach im Text, dazu extra nochmal, ist der linke Fuß vorne, ist der rechte Fuß vorne. Aber diese Position ist immer noch Coda Longa Laga. Und das gilt für einige andere Positionen auch. Beispielsweise für Guardia Alta macht es keinen Unterschied, ob der rechte oder der linke Fuß vorne ist. Für Guardia Dentrare ebenso nicht, ob der rechte oder der linke Fuß vorne ist. Und Guardia Di Faccia genau das Gleiche. Wichtig ist, wie gesagt, sich immer nur daran zu erinnern, kommt der Schlag von rechts, rotiert die rechte Hüfte nach vorne. Genauso bei den Stichen. Unabhängig davon, ob jetzt mein linker Fuß vorne ist. Die rechte Hüfte geht vor. Das linke Bein macht dann einfach ein bisschen auf, geht auf die Diagonale und erlaubt mir eben, diese Reichweite trotzdem auszunutzen. Wir denken daran wirklich, das linke Bein nach vorne zu setzen, dient vor allem dazu, uns im Raum besser zu positionieren zum Gegner. Dennoch sollte bei beispielsweise jetzt Guardia Dentrare, in der ich gerade bin, meine Flanke auf den Gegner zuzeigen, um eben mein Ziel auch noch zu minimieren. Also, das ist eine ganze Menge. Deswegen gehen wir das alles jetzt einmal Stück für Stück durch. Also, dieser ganze Schritt, den wir gerade machen, das ist immer ein Passata. Und das ist immer das, wenn unser vorderer Fuß wechselt. Also sowohl, wenn der linke von hinten nach vorne geht, aber auch wenn der rechte von hinten nach vorne geht. Dann haben wir Guardia Alta. Gibt es mit dem rechten Fuß vorne oder mit dem linken Fuß vorne. Wir kennen Porta di Ferro Laga, Porta di Ferro Stretta und Porta di Ferro Alta. Wir kennen Cinghiara Porta di Ferro Laga, Cinghiara Porta di Ferro Stretta und Cinghiara Porta di Ferro Alta. Wir kennen mit dem rechten Bein vorne Codalonga Laga. Diese Position kann genauso gut mit dem linken Bein vorne beformt werden. Wir kennen Codalonga Stretta, rechtes Bein ist vorne und Codalonga Laga Alta, linkes Bein ist vorne. Und wir kennen Guardia di Fadja mit rechts oder mit links und Guardia di Fadja mit rechts oder mit links. Gut, das ist eine ganze Menge zu üben. Ich bin sicher, wir kriegen gleich ein bisschen witzige Fußarbeit zusammen und ich wünsche euch viel Spaß bei der anstehenden Übung. Willkommen zur Übung zur dritten Lektion. Wir fangen an mit einer Variante unseres Schleifenschlagdrills. Das heißt, wir zeichnen hier eine Schleife vor uns. Nein, erstmal ohne Fußarbeit. Das war ein Mandrito Fendente, gefolgt von einem Falzo Manko, einem Reverso und einem Falzo Drito. Dann haben wir hier so eine Schleife vor uns gezeichnet und alterniert zwischen Porta di Ferro Laga und Codalonga Laga. So, das konnten wir natürlich auch mit halben Schlägen machen, mit Metzikolpi. Dann war es hier Porta di Ferro Stretta und Codalonga Stretta. Und jetzt möchten wir ganze Schritte hier zwischen machen. Bisher haben wir immer halbe Schritte in diesem Dreh gemacht. Jetzt einmal ganze Schritte, also Passate. Und wir fangen erstmal leicht an. Und zwar, wenn der Schlag von rechts kommt, dann soll auch das rechte Bein nach vorne gehen. Und dazu starten wir in Guardia Alta. Jetzt mal mit dem linken Bein vorne. Und von hier aus schlagen wir ein Mandrito Fendente und landen in Porta di Ferro Laga. So weit, so gut. Jetzt ziehen wir aus mit einem Falzo Manko und gehen nach links. Wir landen wieder in Codalonga Laga, aber jetzt mit dem linken Bein vorne. Codalonga Laga ist nicht nochmal spezifiziert, ob hier das linke oder das rechte Bein vorne ist. Und hier können wir schön zwischen diesen Positionen lassen wir fließen und ein Fühl dafür kriegen, wie es sich anfühlt, wenn Hüfte und Schulter den Schlag zusammen Kraft geben. Denn ganz automatisch, wenn der rechte Fuß nach vorne geht, möchte die rechte Seite meiner Hüfte natürlich folgen. Das heißt, hier relativ einfach zu erlernen, dem Schlag, der von rechts kommt, hier auch eine gewisse Power zu geben. Genauso, wenn der Schlag von links kommt und mein linkes Bein vorne geht, automatisch wird sich die linke Hüfte nach vorne bewegen. Das ist also relativ einfach zu erlernen und wahrscheinlich auch die gebräuchlichste Variante von ganzen Schritten im Schwerdkampf. Aber es läuft nicht immer alles nach Plan. Und manchmal muss die Fußarbeit ein bisschen unabhängiger sein von dem, was tatsächlich das Schwerd macht. Also es kann sein, obwohl ich einen Schlag von rechts schlage, dass ich trotzdem gerne nach links gehen möchte. Und dafür ist ein Schritt nach links natürlich der direktste Weg. Also wie machen wir das? Wir gehen wieder in Guardia Alta mit dem rechten Fuß vorne oder einfach Beine dicht zusammen. Und jetzt schlagen wir ein Mandrito und gehen mit dem linken Fuß vor. Und der Trick ist, diesen Fuß etwas diagonal zu setzen. Also nicht gerade nach vorne, sondern wir gehen etwas zur Seite. Und hier ist es dann deutlich leichter, trotzdem diese rechte Hüfte nach vorne zu bringen und diesen Schlag Kraft zu geben. zack. Und jetzt sind wir in Giniare Porta di Ferrolaga. Und auch von hier können wir natürlich mit einem Falze Mango aufziehen und jetzt ein Reverse zu Fendente schlagen und landen dann in Codalonga Lager. Jetzt aber mit dem rechten Fuß vorne. Natürlich geht auch das hier sowohl vorwärts als auch rückwärts. Rückwärts, gebe ich zu, ist nochmal deutlich schwieriger, dann nicht wieder in diese Variante reinzukommen, in der wir auch gerade machen. Aber denkt einfach daran, dass der vordere Fuß einfach eher nach außen zeigen muss. Und dann kommt sie da eigentlich ganz gut rein in diese Hüftdrehung. Gleich nochmal von der Seite. Also wenn ich hier in Guardia Alta bin, dann möchte ich unbedingt dass hier trotzdem am Ende meine rechte Körperseite vorne ist, um diese Reichweite auch zu haben. Habe ich das nicht, zack, verkürze ich meine Reichweite, ich gebe meinem Gegner die ganze Fläche meines Oberkörpers als Ziel, ich arbeite hier im Prinzip gegen meinen eigenen Körper, nicht gut. Wir wollen den ganzen Körper hier zur Unterstützung haben für unsere Schläge. Gut, das Ganze geht natürlich auch mit halben Schlägen. Also erstmal wieder quasi im Gleichtakt, Schlagfunk kommt von rechts, Schritt kommt von rechts, also rechter Fuß geht nach vorne, mit halben, das sollte relativ einfach sein. Wir alternieren hier zwischen Porta, die Ferro Stretta und Coda Longa Alta. und genau gegen getaktet geht das natürlich auch. Also wir gehen mit dem linken Fuß nach vorne, den dran schön auf die Diagonale setzen oder auch nach außen zeigen. Wir landen in Chinyare Porta, die Ferro Stretta und auf der anderen Seite landen wir jetzt in Coda Longa Stretta. Gut, und das kann man schon eine ganze Weile üben und ist auch definitiv nützlich, um einfach ein bisschen Kontrolle über seinen Ober- und Unterkörper zurückzugewinnen. Ob die Bewegungen gleichgerichtet sein können oder gegen gerichtet. Wir können ja also auch zwischendrin einfach mal wechseln. Das ist auch eine schöne Übung, dass wir jetzt einfach zack, jetzt lasse ich das Teil so und gehe jetzt so zurück und gleichgerichtet und jetzt gegengerichtet, dass wir hier einfach die Kontrolle selber haben zwischen dem einen oder anderen zu wechseln. Und trotzdem immer unsere Hüfte mitnehmen und unseren Körper zu unterstützen. Das Ganze könnt ihr auch einfach auf der Stelle machen. Was wir am Anfang gemacht haben, da dreht einfach nur der Vorderfuß und das geht natürlich auch mit dem linken Fuß vorne. Zack. Also wenn ihr die Übung erst mal aufbauen wollt, dann gerne auch mit diesen Isolationsübungen. Gut. So. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich langsam wieder interaktiver machen. Und dazu fangen wir erstmal wieder an mit so einem Proverso Mandrito Drill. Also ich gebe euch abwechselnd und liege rein vor die Schläge von links und von rechts. Und das Erste was ihr macht ist im Prinzip wenn ich ein Mandrito schlage der Schlag für euch von rechts kommt dann geht ihr weg von diesem Schlag und macht selber einen Mandrito. Genau im Prinzip die letzten Wochen auch gemacht haben dass immer der echte Fuß hier vorne war nach rechts ändert sich also auch tatsächlich gar nichts und von hier aus können wir beispielsweise die Post in Guardia di Faccia und vielleicht ein Salto zurück. Der tatsächlich Unterschied ist wenn der Schlag von links kommt ein Proverso dann schlagen wir auch ein Proverso dann jetzt aber mit dem linken Fuß vorne in Coda Longa Alta Repost in Guardia Dentrale wir sind hier linke Hüfte ist vorne Guardia Dentrale die rechte Hüfte ist wieder vorne und dann auch hier wieder ein Salto zurück in Coda Longa Alta wir machen das erstmal wieder isoliert also Schlag dreimal kommt von rechts ihr macht ein Mandrito in Porta di Ferro Streta Ripost Guardia di Faccia und kleiner Sprung zurück ein Salto dann machen wir das dreimal parieren parieren stich und zurück mezzo mandrito staccata und salto zurück und noch einmal gut wie gesagt das sollte noch relativ euch bekannt vorkommen schauen wir uns jetzt von der anderen seite an ich mache den reverse ihr geht nach links werdet ihr auch ein mezzo reverse start stecht dann in guardia dentrare mit dem linken bein vorne und bewegt euch dann auch wieder mit einem salto zurück hier machen wir das dreimal mezzo reverso stich in guardia dentrare und zurückspringen schmack und noch einmal mezzo reverso staccata salto gut dann jetzt abwechselnd von links und von rechts und hier reagiert auf meine schläge bereit wir fangen entspannt an das t t s t t t Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr schön. Achtet schön darauf, dass ihr eure Hüfte mitnehmt. Lächeln nicht vergessen, es soll euch Spaß machen. Gut, dann passt das erstmal. Und jetzt wollen wir einfach auch zu einem Übungszweck unseren anderen Schlag noch dazunehmen. Wie soll das aussehen? Naja, unsere Parade grundsätzlich bleibt erstmal die gleiche. Wenn der Schlag für uns von links kommt, der gegen einen Mandrito schlägt, gehen wir weg davon und schlagen selbst unseren Mandrito als Parade. Jetzt wissen wir ja, wenn das andere Schwert hier ist, sollte hier ein offener Raum sein. Das heißt klar, wir könnten stechen, aber vielleicht sind wir manchmal schon relativ nah dran. Oder wir empfinden, dass hier schon sehr viel Druck zur Seite gibt. Dann ist es manchmal keine schlechte Idee, diesen Druck, der ja nicht auf uns gerichtet ist, einfach zu lösen und selber einen Reverse zu schlagen. Wir sind ja hier mit der linken Hüfte aufgeladen, nachdem wir den Mandrito geworfen haben. Perfekte Situation also, um einen schnellen Reverse zum Gesicht zu machen und dann direkt wieder zurück zu gehen. Also wie sieht das insgesamt aus? Wir schlagen den Mezzo-Mandrito. Vielleicht brauchen wir nicht mal Fußarbeit, lassen wir die vielleicht erstmal sogar weg. Schlagen den Reverse in Coda Longa Stretta und gehen dann wieder zurück. Also Parade, Riposte und Abzug. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Wir schlagen den Reverse oder Reverse, je nach Schreibweise, in Coda Longa Alta. Hier ist jetzt was offen. Das andere Schwert ist hoffentlich, haben wir pariert, ist also noch auf dieser Seite. Wir können ein Mandrito schlagen in Cignara Porta di Ferro Stretta und dann direkt abziehen. Jeder Mandrito lädt ein Reverse auf und jeder Reverse lädt ein Mandrito auf. Also können wir quasi so eine schnelle Dreierkombination machen. Eins, zwei, drei. Oder auf der anderen Seite eins, zwei, drei. Und das ist wirklich die Hüfte und die Beine, die dem Ganzen auch die Power und die Schnelligkeit geben, die ihr braucht, um euren Gegner tatsächlich zu verletzen. Und den Schlag dann wieder abzuwehren. Und damit die Sache ein bisschen interessanter ist, machen wir diesen letzten Schlag, führen wir als Colpo en Tero aus. Also es ist Parade, Riposte und das Schwert ist ja vielleicht immer noch hier. Wir sind relativ schnell von der Parade hier reingegangen. Und jetzt schlagen wir diese Schwert, während wir zurückgehen nach unten und sind jetzt hoffentlich auch wieder völlig aus der Reichweite unseres Gegners raus. Auf der anderen Seite gleich das Spiel. Reverso als Mezzocolpo. Mandrito. Und ein Reverso. Und wir landen in Cola Longa Lager. Gut, dann machen wir das erstmal dreimal isoliert. Ich gebe euch erstmal drei Mandriti und dann drei Ruersi. Also fangen wir an. Erster Mandrito. Ihr schlagt selbst den Mandrito, der das Teil hier blockt. Hier ist frei. Schlagt hier rein. Und jetzt geht ihr zurück und schlagt mein Schwert nochmal mit einem eigenen Mandrito-Fendente nach unten. Nochmal. Geblockt. Gegenangriff und zack. Riposte. Zack. Und das gleiche geht auf der anderen Seite. Also ich schlage ein Reverso. Ihr schlagt ein Reverso und geht in diese Richtung. Hier ist offener Raum. Ihr könnt hier reinschlagen. Und jetzt beim Zurückgehen schlagt ihr wieder selber ein Reverso, der mein Schwert hier klärt. Nochmal. Zack. Riposte. Und weg mit dem Schwert. Zack. Los. Gut. Dann abwechseln. Bereit? Auf geht's. Ich glaube, das Lockerlassen, das sieht nicht ganz so gut aus, wenn ihr nicht tatsächlich draufhaut. Ich versuche euch mal Schläge auch aus anderen Positionen zu geben. Denn, wie gesagt, diese interaktiven Drills sind vor allem ein Training für euren Kopf. Ihr lernt zu sehen, wie die verschiedenen Schläge aus den Positionen aussehen können. Stück für Stück puzzelt euer Kopf diese Bilder zusammen und ihr lernt zu antizipieren, wohin der Schlag letztendlich gehen wird. Stück für Stück. Ja, reagiert hier bei diesen Schlägen auch wirklich erst auf den Schlag, wenn ich auf euch zugehe und alles andere ist eigentlich nur eine Finte. Das ist ja noch außerhalb der Reichweite, das heißt außerhalb des Kontaktes zwischen uns. Das heißt, man braucht dann nicht groß darauf reagieren. Manche dieser Angriffe könnten natürlich dazu geeignet sein, euer Schwert schon irgendwie zu berühren und wegzuschlagen. Das kriegen wir dann alles noch in späteren Lektionen. Das kommt natürlich auf die Distanz an. Und es ist jetzt relativ schwierig in so einem Solo-Kurs hier ohne Kontakt tatsächlich zu lernen. Aber da gibt es viele schöne Sachen. Und natürlich kann man diese unnötigen Bewegungen, die ich hier gerade mache, hier einfach nur rumwirbeln, könnte man auch einfach aushitzen, indem man mir ins Gesicht stecht. Gar kein Problem. Gut, das soll soweit reichen. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Ansonsten sehen wir uns zur Lektion vier der nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund! Hallo und herzlich willkommen zur vierten Lektion in unserem Anfängerkurs für das einhändige Schwert. Heute möchten wir uns vor allem damit beschäftigen, wann wir den Gegner angreifen sollten. Denn jede Kampfkunst oder jeder Kampfsport ist letztendlich darauf zurückzuführen, wie wir uns im Vergleich zu unserem Gegner positionieren, wie wir ihn kontrollieren und welches Timing unsere Techniken haben. Und um das Timing, genau darum soll es heute gehen. Und Giovanni Dallagocchia gibt uns in seinem Text gleich mehrere Hinweise darauf. Und der erste ist, greife niemals einen Gegner an, der bereit für einen Angriff ist. Also der einfach hier schon wartet darauf, dass wir ihn angreifen. Da wird es sehr leicht fallen zu reagieren und einen Gegenangriff zu starten. Und das schreibt er genau, ein wartender Gegner, da laufen wir die Gefahr, in einen Konter reinzugehen. Also, was sollen wir stattdessen machen? Er sagt, wir sollen die Tempi nutzen. Und fünf davon gibt er uns an. Was ist ein Tempo, die Einzahl von Tempi? Ein Tempo ist ein Zeitfenster. Und Giovanni Dallagocchio stammt ja aus dem 16. Jahrhundert. Also ein Zeitraum, wo Zeit eben noch nicht in Sekunden und Millisekunden ganz exakt gemessen wurde. Was wurde stattdessen gemacht? Naja, die Bewegungen wurden miteinander verglichen. Und es wird gesagt, jede Bewegung, ob nun Schlag, Stich oder Schritt, ist letztendlich ein Tempo. Und diese können wir miteinander vergleichen. Nämlich zum Beispiel ein Mandrito Fendente als Kolpo Intero geschlagen ist beispielsweise ein längeres Tempo als ein Mezzo Mandrito. Mezzo Kolpi erzeugen beispielsweise nur ein halbes Tempo, also ein Mezzo Tempo. Während ein Kolpo Intero ein ganzes Tempo erzeugt. Zwei Bewegungen erzeugen zwei Tempi. Also so versucht man hier Bewegungen irgendwie miteinander zu vergleichen. Und wenn wir uns jetzt nochmal zurück eilen an den bereiten Gegner. Dann fällt es ihm zwar beispielsweise leicht, einen Angriff zu parieren, wenn er bereits darauf wartet. Aber es wäre jetzt deutlich schwieriger, wenn er bereits selber in einer Bewegung ist. Also ich beispielsweise hier selber einen Provers verschlage. Und in dem Moment kommt dieser gleiche Heap auf meine linke Seite. Da müsste ich ja erst hier quasi mein Schwert stoppen. Ich müsste es umdrehen und wieder hier zurückführen. Das ist also ein wesentlich längeres Tempo, ein größeres Zeitfenster, um für meinen Gegner mich hier anzugreifen. So, und diese Zeitfenster, die beschreibt hier Giovanni Gerdadog in meinem Text. Und die ersten beiden davon, die kennen wir bereits. Und zwar das erste ist, genau nachdem wir den gegnerischen Schlag pariert haben, ist ein guter Moment, um selber anzugreifen. Denn wir versetzen das gegnerische Schwert. Wir bringen es also aus der Position raus. Wir haben hier auch eine gewisse Kontrolle. Wir erzeugen eine Öffnung. Super. Direkt hereinstoßen. Das erste Tempo. Das zweite Tempo ist, nachdem der gegnerische Schlag an uns vorbeigeht. Also wir entweder ausweichen oder der Gegner selber zu kurz schlägt, ist ein guter Moment, um gegen anzugreifen. Also auch das haben wir schon in der allerersten Übung geübt. Wir sind zurückgewichen, um dagegen anzugreifen. Oder nochmal auf dieses Beispiel zurückzukommen. Also in dem Moment, wo ich hier diesen Reverso mache, mache ich natürlich hier oben alles auf. Weil es mir schwierig fallen wird, schwer fallen wird, diesen Schlag jetzt noch zu blockieren. Okay, das sind die ersten beiden. Das dritte Tempo, von dem Giovanni della Rocca spricht, ist es, wenn die Schwerthand gehoben wird. Und zwar genauer, wenn die Schwerthand zu einem Schlag gehoben wird. Also stellen wir uns mal vor, wir sind hier in Cora Longa Stretta und euer Gegner möchte euch einen Schlag verpassen. Dann möchte er den ja vielleicht besonders kräftig gestalten. Hebt dazu seine Hand im Prinzip in Guardia Alta und greift an. Aber genau in diesem ersten Moment, in diesem Tempo, wo ich die Hand hebe, stellt ja weder mein Schwert für euch eine Gefahr da, noch mache ich eigentlich eine sinnvolle Aktion. Ich bewege mich im Prinzip hier aus dem Zentrum, aus der direkten Linie zwischen euch und mir weg. Das ist also ein schöner Moment für euch beispielsweise, um mich in Guardia di Faccia anzugreifen. Gut. Also, natürlich kann man auch hier aus Cora Longa Stretta nur sehr kleine Schläge machen. Ihr seht, dass ich hierbei nicht die Hand hebe, aber der Angriff ist natürlich auch deutlich schwächer. Gut. Also, drittes Tempo, Handheben des Gegners. Viertes Tempo ist es, wenn er in Reichweite unachtsam die Positionen wechselt. Wir haben schon darüber geredet, dass im nahen Spiel diese Stretta-Positionen deutlich vorteilhärter sind. Denn sie schützen einen größeren Teil unseres Körpers und lassen unser eigenes Schwert in der Präsenz des Gegners, sodass er irgendwas erstmal damit machen muss, um dieser Gefahr Herr zu werden. Und was passiert jetzt aber, wenn jemand unachtsam einfach in eine der Lagerpositionen geht im Lahn-Spiel? Dann macht man sich natürlich in dem Moment genau sehr weit auf. Und genau das wollen wir hier nutzen. Beispielsweise, wenn ich hier in Porta di Ferro Lager gehe, mache ich natürlich hier diesen Raum sehr weit auf. Wenn jetzt hier was kommt, muss ich erst wieder das Schwert stoppen. Ich muss es umdrehen. Das ist ein langes Tempo. Ich brauche viel Zeit, um den Angriff zu parieren und werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Okay. Im Prinzip, unser Wechsel hier mit der Handhebung in Guardia Alter ist genau das gleiche Prinzip. Und Tempo Nummer 5, was uns Giovanni Dalagocchi hier gibt, ist das, wenn unser Gegner den vorderen Fuß hebt. Er sagt, okay, auch natürlich, wenn der hintere Fuß gehoben wird, das ist auch ein Tempo. Aber wenn der vordere Fuß gehoben wird, ist es ein größeres Tempo. Weil der vordere Fuß gehoben wird, folgt ja in der Regel auch ein Schritt nach vorne. Das heißt, wir bewegen uns näher ran. Das heißt, wir verkürzen die Distanz. Und kürzere Distanz braucht bei gleicher Geschwindigkeit kürzer, um überbrückt zu werden. Also er schenkt uns hier in diesem Moment im Prinzip etwas Zeit. Wir brauchen nur noch eine kleinere Bewegung, um ihn anzugreifen. Und wenn er das macht, ist er einerseits verkürzt die Distanz und andererseits gibt er selber Stabilität auf. Letztendlich könnte man einen Schritt nach vorne als ein kontrolliertes Fallen nach vorne bezeichnen. Aber letztendlich ist es trotzdem ein Fallen. Man gibt also ein bisschen Stabilität auf. Das ist auch ein Grund, warum Giovanni Dalagocchi sagt, okay, diese Schritte sollten beispielsweise nicht zu groß und nicht zu klein sein, sodass wir immer Balance halten können. Aber nehmen wir mal an, jemand macht einfach einen wahnsinnig großen und unbeherrschten Schritt auf uns zu. Dann ist das natürlich ein wunderbarer Moment, um genau diesen Moment in diese Lücke hereinzustoßen. So, das sind die fünf Tempi. Und jetzt könnte man natürlich sich denken, okay, die hängen alle irgendwie mit Bewegung zusammen. Wenn ich jetzt also meinem Gegner kein Tempo geben möchte, dann könnte ich ja einfach wie angefroren hier feststehen. Okay, dann kommt aber ein weiteres Konzept ins Spiel und das nennt sich eine Provokation. Und zwar, wenn der Gegner euch kein Tempo gibt, dann solltet ihr immer mit einer Provokation arbeiten. Und dieses ganze Buch, diese Quelle ist bestimmt zur Hälfte davon voll mit verschiedenen Provokationen, Kontern, Paraden und so weiter. Also sehr viel Stoff. Aber im Grunde genommen gibt es zwei Arten von Provokationen. Die erste ist eine Provokation mittels Angriff. Und die zweite ist eine Provokation mittels einer Einladung. So, was ist eine Provokation mit einem Angriff? Naja, wenn ich hier in Coda Longa Strata einfach nur still stehe und ihr beispielsweise einen Stich startet, ganz entspannt und relaxed, dann wird er immer weiter auf mich zukommen und irgendwann müsste ich mich natürlich bewegen, um diesen Stich abzuwehren. Und in dem Moment, wo ich mich bewege, kreiere ich natürlich ein Tempo. Und vielleicht ist es sogar so ein Tempo, das so groß ist, dass ihr darin angreifen könnt. Also vielleicht hebe ich ja in dem Moment den Arm, weil ich euch besonders weit rausparieren möchte. Und dann ist es ein guter Moment gekommen, mich in diese Lücke beispielsweise anzugreifen. Okay, aber wie gesagt, diese Provokation mit Angriff, die ist erstmal grundsätzlich nicht primär dazu gedacht zu treffen. Also das ist nicht die erste Intention, die dahinter steht. Wenn der Gegner nichts macht, naja, dann könnt ihr euch natürlich immer näher ran bewegen, bis ihr so nah dran seid, dass der Gegner letztendlich gar nicht mehr reagieren kann. Also wenn das gegnerische Schwert bereits hier ist, dann ist es völlig egal, ob ich mich jetzt hier bewege oder nicht. Ihr müsstet nur noch den Arm strecken und könntet unter Kontrolle den Gegner angreifen. Gar kein Problem. Also auch das würde natürlich ein Tempo kreieren für euch, um sicher anzugreifen. Aber das wird ja meistens nicht passieren. Also dieser erste Angriff, den ihr startet, ob es ein Stich oder ein Schlag ist, ist meistens dazu gedacht, den Gegner einfach aus seiner Position heraus zu bewegen, ihn entweder zu einer Verteidigung zu bringen oder selbst zu einem Angriff, mit dem ihr dann arbeiten könnt. Also eines dieser fünf Tempi zu erzeugen, über die wir gerade gesprochen haben. Und das zweite ist mit einer Provokation hier Einladung. Und jede dieser Positionen der Guardias, über die wir gesprochen haben, die decken ja alle einen Teil unseres Körpers. Also Coda Longa Stretta deckt mich zum Beispiel nach rechts. Aber sie laden auch auf einer anderen Seite ein. Sie geben gewisse Öffnungen. Und dieses Schwert kann mich nicht komplett schützen. Also nach rechts hier oben bin ich gedeckt. Aber hier unten bin ich offen. Ich bin hier offen. Und vor allem ist meine gesamte linke Körperseite offen. Aber wenn ich also so zu meinem Gegner stehe, ist es wahrscheinlicher, dass ich hier angegriffen werde. Oder noch extremer, wenn ich das Schwert herunternehme, dann ist natürlich hier alles oben offen. Und solche Einladungen können eben dafür verwendet werden, einen Angriff zu provozieren, mit dem man dann rechnet, um ihn dann beispielsweise abzuwehren und gegen anzugreifen. Okay. Also das ist eine ganze Menge. Wir fassen das nochmal alles kurz zusammen. Es gibt fünf Tempi, in denen man sinnvoll angreifen kann. Ein Tempo ist ein Zeitfenster. Das erste Tempo ist, nachdem wir den gegnerischen Angriff pariert haben, können wir angreifen. Das zweite Tempo ist, nachdem wir den gegnerischen Angriff ausgewichen sind, können wir gegen angreifen. Das dritte Tempo ist, wenn der Gegner die Schwerthand hebt, können wir angreifen. Das ist keine Gefahr für uns in dem Moment, wo er noch ausrollt. Das vierte Tempo, wenn er unachtsam zwischen den Positionen wechselt oder zu großen Bewegungen macht. Und das fünfte Tempo ist, wenn er den vorderen Fuß hebt, aber dann dieser Schritt folgen wird. Und wenn der Gegner nichts macht und auf uns wartet, dann sollten wir mit Provokationen arbeiten. Wir sollten ihn also dazu zwingen, aus seiner Position herauszugehen und die Tempi, die sich uns bieten, dann zu nutzen. Gut, dann freue ich mich, hoffe ihr habt etwas gelernt und wir sehen uns gleich in der Übung. Wir kommen zurück zur Übung. Da es heute vor allem um das Timing gehen soll, sind die Aktionen, die wir machen, relativ einfach. Es wird immer nur entweder ein kleiner Schlag in einen Stich sein oder direkt ein Stich als Angriff. Wir möchten aber ein bisschen Fußarbeit damit zumachen, sodass wir flexibel reagieren können, ob jetzt gegnerische Angriffe von oben oder unten kommen und sich unsere Reaktion nicht groß unterscheidet. Und zwar, was wir machen, wenn ein Angriff auf unsere linke Seite kommt, der Gegner also einen Mandrito schlägt, dann möchte ich, dass unser Schwert auf jeden Fall hier in einem der Porta di Ferro Position kommt. Genauer gesagt möchte ich auch, dass der vordere Fuß zurückzieht. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr ihn nur ranzieht, wie wir es in der allerersten Woche gemacht haben. Dann seid ihr hier in Porta di Ferro Stretta oder vielleicht Porta di Ferro Alta, wenn die Hand etwas höher ist, der Angriff etwas höher kommt. Oder, das überlasse ich euch, ihr könnt den Fuß auch ganz zurückziehen. Dann seid ihr hier in Cingliare Porta di Ferro Stretta oder Cingliare Porta di Ferro Alta. Okay, und aus diesen Positionen möchte ich, dass ihr einfach, wenn das Schwert am Ende auf dieser Seite noch ist, in Guardia di Faccia geht und gegen angreift. Und wenn das Schwert, aus welchem Grund auch immer, vielleicht geht es ja nach unten, es gleitet durch, ihr weicht ja auch automatisch aus. Hier durch diese Beinbewegung, wenn es da ist, dann möchte ich, dass ihr den Guardia dentrare gegen angreift. Guardia dentrare deckt mich besser nach rechts, Guardia di Faccia deckt mich besser nach links. Kommt der Angriff nach oben, binde ich hier mit meinem Schwert, setze das gegnerische Schwert heraus, halte diese Verbindung und greife gegen an. Rutscht der Angriff vielleicht durch, decke ich mich in die andere Richtung. So, und das gleiche Spiel, natürlich wenn der Angriff von unserer rechten Seite kommt, der Gegner also einen reverse zuschlägt. Jetzt gehen wir in eine der Codalonga Positionen. Wie gesagt, entweder ihr setzt das Bein ganz zurück, dann seid ihr jetzt im Codalonga Alter. Oder ihr zieht es nur ran, aber so ein bisschen zurück auf jeden Fall. Und von hier aus wieder das gleiche Spiel ist das Schwert am Ende noch hier. Also beispielsweise wehrt ihr es oben ab. Gegenangriff in Guardia dentrare. Rutscht es euch vielleicht unten durch. Dann Gegenangriff in Guardia di Faccia. Also diese Aktion nochmal. Zack und Gegenangriff. Und eine Sache noch beim Gegenangriff, die mir relativ wichtig ist. Und zwar nachdem ihr abgewehrt habt und jetzt gegenangreift. Schiebt zuerst euren Arm nach vorne und dann den Körper hinterher. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass das Schwert ja aus Debolet und Forte besteht. Also Schwäche und Stärke. Und wenn ihr das Schwert zuerst vorschiebt, schiebt ihr im Prinzip eure Stärke in die gegnerische Schwäche dabei. Ihr maximiert also euren Hebel und damit eure Kontrolle über das gegnerische Schwert. Also zuerst das Schwert und dann dem Körper hinterher. Außerdem macht ihr euren Körper auch stabiler. Wenn ihr hier ausgestreckt seid, dann das erstmal auch die schnellere Bewegung. Aber ich kann den Arm viel schneller strecken, als hier so einen Schritt zu machen. Aber ich bin auch stabiler. Wenn ich jetzt irgendwo tatsächlich aufstoße, dann möchte ich ja, dass die Kraft tatsächlich durch meinen Arm und den ganzen Körper bis ins Wein transportiert wird. Und ich nicht hier irgendwie so krumm aufkomme und dann vielleicht das hier einknimmt und ich gar keine Power und keine Durchschlagskraft hinter diesem Stich mehr habe. Also noch einmal. Von beiden Seiten. Zack. Oder wenn der Angriff durchrutscht. Zack. Wenn ich hier abwehren muss. Zack. Oder wenn der Angriff so durchrutscht. Ups. Nochmal. Zack. Gut. Dann gebe ich euch jetzt abwechselnd Mandricchi und Roversi. Bereit? Wir fangen entspannt an. I慨 wished. En. Da. . Ohja. Und. Und. Uh. bei. Vielen Dank. 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 Meine Fußarbeit ist jetzt noch kein gutes Zeichen. So lernt ihr auch gleich schon mal, was ein vernünftiger Moment wäre, um beim Heben des vorderen Beiners im Prinzip den Gegner anzugreifen. Und wenn ich nach vorne gehe, geht ihr ein bisschen nach hinten, wenn ich nach hinten gehe, geht ihr ein bisschen nach vorne. Wir halten also, wir halten also ein bisschen nach vorne, also eine Fußlänger, also eine Fußlänger. Und dann kann ich an은nyeah, Ihr seht, verschiedene Ausrollbewegungen können ja einfach für diese Distanz zu bewusst sein. Selbst bei dieser Bewegung, ich gehe im Prinzip ja in Porta di Ferro Larga und dann für meinen Reverso auszuholen, das ist also ein schönes Tempo für euch anzugreifen. Gut, ich wollte keinen Angriff nach unten machen. Jetzt habe ich es doch getan. Vielleicht seid ihr ausgewichen. Das letzte, was wir gesagt haben, das letzte Tempo ist, was uns der Valida Larga gegeben hat, war, wenn der Gegner einen Schritt nach vorne macht, also den vorderen Fuß hebt. Natürlich habe ich das auch gerade ganz oft getan. Und wenn man es ganz genau nimmt, könnte man wahrscheinlich sogar bei diesem kleinen Tempi eine Möglichkeit finden, zumindest seine Position zu verbessern. Aber um einen Angriff dort zu starten, da müsste man es schon ganz genau treffen. Lieber möchte ich euch jetzt erstmal ein größeres Tempo geben. Und zwar, wenn ich sehr weit aushole und einen großen Schritt mache, um in Reichweite zu kommen, um danach anzugreifen. Also deswegen ist es auch immer ganz wichtig, dass ihr erst das Schwert bewegt und euch Sicherheit schafft, bevor der Schritt kommt. Aber sollte es mal jemand anders machen und sich quasi erst nach vorne bewegen und dann schlagen, ist es ein guter Moment für euch, diesen Fehler auszunutzen. Und wie wir das machen, ich werde wieder so leichte Schritte vor und zurück gehen. Und ihr werdet schon merken, dass ab und zu werde ich deutlich größere Schritte machen. Das sind also deutlich größere Tempi und wahrscheinlich werde ich auch ein bisschen ausholen dazwischen, um die Lücke wirklich sehr weit aufzumachen. Bereit? Auf geht's! Und ganz bewusst mache ich eigentlich gerade was ganz Schlechtes vor. Nämlich, ich bewege mich zuerst in Reichweite, um dann zuzuhauen. Und verletze eigentlich meine eigenen Grundregeln. Ich präsentiere nämlich zuerst ein Ziel, bevor ich eine Bedrohung präsentiere. Das ist natürlich was Schlechtes. Ja, und selbst so ein Sprung, so schön explosiv, wie er auch sagen mag, ist natürlich eigentlich ein Riesentempo und den kann ich auf keinen Fall wieder zurücknehmen. Also wenn man da in einem Konter mitläuft, schlechte Idee. Gut, das soll es auch für diese Übung gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wie gesagt, spielt die Übung gerne nochmal ab, um vielleicht noch zwei, drei mehr Tempi zu sehen, die ihr nutzen könntet. Und ansonsten sehen wir uns dann zur nächsten Lektion in der nächsten Woche wieder. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Lektion in unserem Schwertkampfanfänger-Kurs. Wir wollen jetzt in den nächsten Wochen Schritt für Schritt die Anzahl unserer Angriffe ausbauen. Und der erste Angriff, mit dem ich anfangen möchte, ist ein ganz typischer für die Bologneser Schule. Und das sind die Tramazoni. Tramazoni, das sind Schläge, die in einer Kreisbewegung um die Hand ausgeführt werden. Und diese können sowohl von der rechten Seite kommen, als auch von der linken Seite. Und dementsprechend heißen sie jeweils auch entweder Mandrito oder kurz Trito Tramazoni und Reverso bzw. Reverso Tramazoni. Okay, und es ist wirklich im Prinzip gemeint, dass das Schwert hier eine Kreisbewegung genau um die Hand macht. So, wie geht das? Naja, das erste, was wir nicht machen wollen, ist unser Handgelenk hier irgendwie überstrecken dabei. Okay, das heißt, die Bewegung, also gerade dieses Drehen, das erfolgt mit stabiler Hand und eher aus dem Unterarm. Also aus dem Unterarm wird jetzt hier gedreht. Das Schwert geht dann beim Brito Tramazoni vor unseren Körper, geht hier wieder hoch und schießt dann wieder, obwohl es jetzt hier an unserer linken Seite ist, kommt es wieder von rechts, die Bewegung. Ganz wichtig, wenn man jetzt hier unterarm dreht, dann bitte nicht zu früh. Was ich ganz oft sehe, dass Leute hier schon quasi den Schlag drehen und im Prinzip dann nur noch mit der Fläche den Gegner erwischen. Wirklich, bis man durch ist, also auch durch das gegnerische Schwert oder den Gegner, muss die Klinge in der gleichen Ebene liegen, wie der Schlag auch geführt wird. Also bis hier durch. Ihr könnt das Handgelenk natürlich ein bisschen dazu nutzen. Also solange es quasi in seiner natürlichen Bewegungsreichweite hier, wo es sehr stabil ist, bleibt, ist alles gut. Man könnte das gerne machen, aber dann eben nicht weiter, wenn man das hier macht. Also hier ist okay, das wäre schon zu weit, man möchte es ja nicht überstrecken, sondern hier könnte man es jetzt eindrehen und wieder hochführen. Und dann ergibt sich hier eine ganz flüssige Bewegung. Das ist der Direktor-Tramazone, der definitiv einfacher von den beiden Schlägen zu führen ist. Der Reverso-Tramazone verläuft jetzt hinter unserem Körper. Also wenn der rechte Fuß vorne ist beispielsweise, geht er jetzt hier zu unserem Rücken. Und hier ist es deutlich schwieriger, tatsächlich die Hand stabil zu lassen. Okay und was man hier machen muss, erstmal grundsätzlich wieder das Gleiche. Die ganze Zeit die Klinge liegt in der Hau-Ebene, bis man durch den Gegner durch ist. Und auch hier dreht man jetzt den Unterarm im Prinzip etwas auf, sodass die Handfläche nach oben zeigt. Man kann so ein bisschen die unteren drei Finger lockern und dann kommt das Schwert hier eigentlich auch ganz gut rum. Und dann passt es auch halbwegs, dass man irgendwann die Hand relativ stabil kriegt. Das ist gerade am Anfang nicht leicht und das ist auch überhaupt nicht schlimm, gerade beim Reverso-Tramazone, wenn man hier den Ellenbogen so ein bisschen mit einbeugt, um die Bewegung zu unterstützen. Aber im Vergleich zum Reverso, der ja auch wirklich aus der Schulter geführt wird, ist das hier natürlich eine deutlich kleinere Bewegung. Also Tramazone sind im Prinzip kleine Mandriti und Proversi. Und dementsprechend nutzen sie auch meistens den Schwung eines vorhergehenden Schlages oder Stiches aus, oder den Schwung, den euch der Gegner mit seinem Schlag mitgibt, um einen schnellen zweiten Angriff zu führen oder eine Parade und so weiter. Also beispielsweise nach einem Mandrito muss man ja nicht für einen zweiten Mandrito nochmal hier so komplett ausholen, sondern man kann die zweite Bewegung ja viel kleiner machen, weil das Schwert natürlich schon in diese gleiche Richtung geht. Der erste Mandrito kräftig könnte beispielsweise dazu dienen, das gegnerische Schwert wegzuparieren und dann kommt der eigentliche Angriff mit einem Tramazone. Wegparieren, Tramazone und vielleicht sogar noch direkt nochmal einen Abzug. Okay, und auf der anderen Seite gleiches Spiel. Reverso, Reverso Tramazone und noch eine Reverso Tramazone beispielsweise zum Abzug. Also ganz viele Angriffe oder auch Stiche können im Prinzip mit so einem Tramazone verdoppelt werden. Okay, und Mancellino, ein anderer Bologneser Fechtmeister, hat zum Beispiel geschrieben, der lernt, seine Angriffe zu verdoppeln mit dem Tramazone. Er wird ein sehr guter Fechter werden. Und Giovanni Dallagocchi schreibt auch, beispielsweise um hier die Position in der Nähe des Gegners sicher zu wechseln, ist es gut, das mit einer kleinen Rückwärtsbewegung und einem Tramazone zu verbinden. Entweder zum Gegner oder zum Gegnerischen Schwert. So, das ist das Erste. Also die Tramazone, ganz wichtige Bewegung in der Bologneser Schwertkampfkunst. Das nächste ist eine neue Position, die wir uns nochmal anschauen wollen. Und zwar kennen wir ja Guardia Alta, den rechten oder linken Bein vorne. Aber manchmal, gerade wenn man einen Rovert zuschlagen möchte, dann geht man ja vielleicht lieber auch mit der Hand eher zur linken Schulter. Natürlich kommt man nicht mehr ganz so hoch, man kommt hier nicht mehr in Guardia Alta oder hier wäre man wieder in Guardia Alta. Aber irgendwo ist hier dieser Übergang, wo man im Prinzip hier über seinen Unterarm schaut und hier einen bequemen Reverso schlagen kann. Und diese Position heißt Guardia di Sopra i Braccio. Sopra ist über und Braccio ist der Arm. Das ist also die Position über dem Arm. Und gemeint ist damit eben dieser linke Arm. Ihr habt sicherlich bisher auch schon viele Bilder gesehen, wo hier in der linken Hand der Buckler gehalten wurde. Und das natürlich dann noch weiter einschränkt. Und Guardia di Sopra i Braccio ist halt die Position, wo eure rechte Hand über der linken ist. Und es ist eben eine schöne Position, um ein Reverso zu schlagen. Und das allerletzte, was wir heute noch sozusagen wiederholen wollen, ist nochmal eine gute Verteidigung. Wird nicht nur mit dem Schwert geführt. Giovanni della Rocca sagt ja, verteidigen idealerweise mit dem gestreckten Arm. Aber eben nicht nur aus der Hand wird verteidigt, sondern auch immer mit dem Körper. Ich habe das sicherlich auch schon in diesen Positionen, die wir uns angeschaut, gemerkt. Die Hüfte unterstützt alle unsere Schläge. Und sie unterstützt natürlich auch alle unsere Paraden oder Schläge, die als Paraden genutzt werden. Und dementsprechend zeigt immer der Oberkörper, aber auch der hintere Fuß in die Richtung, in die ihr pariert. Also aus der der gegnerische Schlag kommt. Und der gegnerische Schlag für mich von links zeigt am Ende mein Brustkorb nach links und mein hinterer Fuß zeigt auch nach links. Unabhängig davon, welcher Fuß vorne steht. Also wenn ich beispielsweise hier in Cignare Porte di Ferro ring, zeigt trotzdem mein rechter Fuß, der jetzt hinten ist, auch nach links. Gleiches Spiel auf der anderen Seite. In Codalonga Stretta, wenn ich mich nach rechts verteidige, zeigt sowohl mein linker Fuß als auch mein rechter Fuß in dem Fall nach rechts. Und mein Brustkorb zeigt hier auch nach rechts. Und in Codalonga Alta, gleiches Spiel, hinterer Fuß zeigt nach rechts, Brustkorb zeigt nach rechts. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ihr mal Liegestütze macht oder einfach in eine Plank-Position geht, dann wisst ihr, es ist deutlich leichter zu halten, wenn eure Arme unter eurer Schulter sind und das Gewicht hier ganz gut halten können. Es wird deutlich schwieriger, wenn ihr diese gleiche Position versucht und die Arme hier versetzt. Okay, ihr bräuchtet viel mehr Stabilität und ihr werdet merken, wie auf einmal euer Körper hier selbst weg rotieren will und euer ganzer Bauch und die Rückenmuskulatur hier dagegen halten muss. Wenn ihr schon mal einen einarmigen Liegestütz probiert habt, wisst ihr aber auch ganz genau, was ich meine. Seid ihr nicht mehr auf einmal ganz zentral, sondern euer Bauch und Körper muss viel mehr arbeiten. Und genau das versuchen wir zu vermeiden. Genau. Also unser Schwert ist in dieser Verteidigungsposition im Prinzip, die Schwerthand ist auch genau vor dem Brustbein. Und dann hier auf der Höhe meiner linken Hüftseite. Okay. Fassen wir nochmal alles zusammen. Es gibt Tramazoni, ganz wichtige Bewegung in der Bologneser Schwertkampfkunst. Und das sind Schläge, die um unsere Hand rotieren. Okay. Wir wollen dabei aber nicht die Handgelenke überstrecken, sondern es ist viel mehr eine Bewegung im Unterarm und vielleicht auch durch das Öffnen und Schließen der unteren drei Finger. Das wir hier durch locker lassen. Wir wollen insbesondere hier darauf achten, dass die wahre Schneide immer in einer Ebene liegt mit dem Hau, den wir tatsächlich machen. Bis wir durch den Gegner durch sind und erst dann eindrehen. Wir wollen nicht mit der Fläche treffen. Und es gibt Dritto Tramazoni oder Dritti Tramazoni, das ist die Mehrzahl, die kommen von rechts nach links, sind aber auf unserer linken Seite. Und es gibt Reverso Tramazoni oder Enroverso Tramazoni, Roversi Tramazoni, die kommen von links nach rechts, sind aber die ganze Zeit auf unserer rechten Seite. Wir haben die Position Guardia di Sopra Ibraccio genannt. Die gibt es sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Fuß vorne und wird dadurch charakterisiert, dass unsere Schwerthand über unserer linken Schulter ist. Und wir haben gesagt, okay, beim Verteidigen wollen wir insbesondere darauf achten, dass wir sowohl immer mit der Hand als auch mit dem Körper verteidigen. Und das bedeutet, dass unser Brustbein, aber auch immer der hintere Fuß in die Richtung zeigen, woher der gegnerische Angriff kommt. Gut, ich hoffe, ihr konntet schon einiges mitnehmen. Wir haben sicherlich viel zu üben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, als erstes wollen wir natürlich die Tramazoni üben. Fangen wir mit dem Drito Tramazoni an. Okay, das erste, was wir machen, ist einfach einen normalen Mandrito zu schlagen. Okay, und der Mandrito ruhig schön aus dem gesamten Körper erst mit Energie geben. Und der Arm holt aus, gerne mit, je nachdem wie viel Platz ihr habt, mit auch gestrecktem Arm. Gerade wenn ihr hier vorne seid, wollen wir die komplette Reichweite nutzen, um nochmal ganz einfach in das Gefühl dieser Mandrito zu kommen. So, wenn wir auf den Gegner auftreffen und hier quasi schlagen, entweder parieren oder den Gegner treffen, ist es erstmal wichtig, dass die Hand hier geschlossen und stabiert ist. Das heißt, in diesem Moment dürft ihr nie euer Handgelenk entweder überstrecken und solltet auch niemals die Finger hier irgendwie locker lassen. Weil dann werdet ihr nie irgendwelche Kraft in den Gegner transferieren können. Wahrscheinlich wird euch da einfach das Schwert aus der Hand geschlagen. Also hier am Anfang, Hände sind geschlossen, also Hand ist geschlossen. Und wichtig, wie gesagt, Klinge ist in einer Ebene mit dem Schlag. Wenn ihr jetzt aber durch den Gegner durch seid, und jetzt bin ich hier vielleicht in Porta di Ferro Alta, dann dreht der Unterarm und ihr könnt so ein bisschen diese unteren drei Finger hier, kleiner Finger bis Mittelfinger, könnt ihr so ein bisschen locker machen. Und im Prinzip werdet ihr merken, wie jetzt euer Schwert auf die Fläche dreht, der Ort sinkt, hinter euch fällt. Das ist jetzt die ganze Zeit vor dem Körper, aber jetzt zeigt der Ort nach hinten. Und spätestens wenn ihr hier seid, könnt ihr wieder jetzt die unteren drei Finger anspannen. Also bis ihr durch den Gegner durch seid, ein bisschen locker lassen, Unterarm drehen, Unterarm weiter drehen. Und wenn ihr hier wieder seid, wieder anspannen. Ihr gebt dem Schlag auch gleich neue Kraft und könnt im Prinzip dadurch auch dieses Drehmoment erhalten. Nicht zu weit locker lassen natürlich, sollte nicht irgendwie total offen hier sein. Und vor allem wenn ihr hier vorne seid, da definitiv nicht locker lassen, sondern hier vorne, braucht ihr immer die Stabilität eurer ganzen Hand. Macht ruhig die Teile erstmal immer einmal bis in Porta di Ferro Alta. Dann zieht ihr ihn rum, geht bis hier hin, locker lassen, wieder durchziehen, schön darauf achten. Klinge geht weiter durch den Gegner durch und erst hier unten, wenn ihr schon draußen seid, rotiert ihr im Unterarm und in der Hand. Wie gesagt, dann denken nicht die Handgelenke dabei zu überstrecken. Also nicht hier versuchen, die Hand einfach gerade zu machen und jetzt hier irgendwie zu versuchen, das Schwert so durch den Gegner durchzukriegen. Das funktioniert natürlich auch nicht, wenn ihr irgendwelche Kraft durch den Gegner transferieren wollt. Also dann lieber die Hand ein bisschen senken, hier unten den Unterarm drehen und dann wieder rumbringen. Gleiches Spiel im Prinzip beim Proverso Dramazone. Nachdem ihr das hier jetzt vielleicht 10 bis 20 Mal gemacht habt, jetzt der Proverso Dramazone. Und zwar auch hier, wir fangen an mit einem normalen Proverso. Die ganze Schulter geht mit, die Hüfte geht mit. Und wir kriegen das Gefühl, das hier ist diese Rotation und auch hier ist natürlich die Hand vorne fest, solange es durch den Gegner geht. Und die Klingel immer in einer Ebene mit dem Schlag selbst. So, wenn wir jetzt daraus eine Verso Dramazone machen würden, dann eigentlich das gleiche Spiel. Wir fangen erstmal genau so an, ziehen durch, bis wir durch den Gegner durch sind. Dann kann man nicht das Handgelenk hier überstrecken, nicht das machen, sondern ruhig. Dann lass halt die Hand ein bisschen tiefer nehmen. Wenn ihr durch seid, den Unterarm aufdrehen und jetzt könnt ihr die Hand auch wieder ein bisschen öffnen. Hier werdet ihr wahrscheinlich den Ellenbogen auch genau wie ich beugen müssen. Und dann kriegt ihr das Teil hier wieder hoch. Und wenn ihr hier seid, wieder schließen und nach vorne schließen. Also dann landen wir in irgendeiner Position von vielleicht Codalonga stretta sind wir zwischendurch. Oder wenn ihr das Mittebein vorne habt, Codalonga alter. Und dann könnt ihr das Teil erstmal immer einfach bis hier hin üben, vielleicht stabil halten. Denkt dran, in stretta oder alter, der Schwert ist ja noch nicht durch den Gegner durch, sondern zeigt noch auf ihn zu. Also erst noch ein Stück in dieser Ebene weiterziehen, dann öffnen und dann neu. Zack, schließen und Power geben. Und wenn ihr das dann ein paar Mal gemacht habt und ein bisschen flüssiger habt, dann werdet ihr merken, okay, ihr müsst diese Hand immer weniger bewegen irgendwann. Aber so eine leichte Ellenbogeneinbeugung, das wird immer passieren hier beim Roversotramazone. Beim Dritotramazone ist es deutlich weniger. Und dann macht ihr das auf beiden Seiten, wie gesagt, 10-20 Mal. Vielleicht immer einen Wechsel, bis ihr euch relativ wohl fühlt. Und dann können wir es verbinden. Zum Beispiel dem Dritotramazone mit einem normalen Mandrito. Also stellen wir uns vor, wir wollen entweder ein gegnerisches Schwert, was uns entgegengestreckt wird, aus dem Weg schaffen und dann angreifen. Oder vielleicht wir parieren einen Schlaf, der von hier kommt. Wir parieren mit einem Mandrito. Wir sind im Porta di Ferro stretta. Das gegnerisches Schwert ist hier. Und wir nutzen unseren einen Schwung direkt, um dem Dritotramazone die entsprechende Power zu geben. Erstmal ohne Fußarbeit. Wir starten in Guardia Alta. Mandrito, Dritotramazone. Mandrito, Dritotramazone. Durchziehen, durchziehen und weiter. Und zack, habt ihr in einem sehr kurzen Tempo euren Angriff gerade verdoppelt. Und wer sich richtig gut fühlt, der macht gleich zwei Trititramazone hinterher. Der erste wird nämlich der verdoppelte Angriff sein. Und der zweite wird den Abzug decken. Und dann bringen wir die Fußarbeit mit rein. Denkt dran, wir verteidigen mit Körper und Hand. Linker Fuß zeigt nach links. Also der hintere Fuß in die Richtung, aus der der Schlag kommt. Genauso wie der Oberkörper. Meine Schwerthand ist hier. Nachdem wir pariert haben, gehen wir nach vorne zum Gegenangriff. Und danach wieder zurück. Also ganz langsam. Eins. Parade. Gegenangriff. Und zurück. Travazoni geht immer leichter, wenn man wenigstens so ein bisschen Geschwindigkeit drin lässt. Parade. Gegenangriff. Abzug. Weil dann natürlich dieses Drehmoment hier erhalten bleibt. Also nochmal. Parade. Wir gehen leicht nach rechts. Gegenangriff. Und Abzug. Und bei eurem Gegenangriff kann die Hand natürlich ein bisschen höher sein. Also wenn ich das von der Seite mache. Parade. Gegenangriff. Und beim Abzug aber wieder lieber in die Porta di Ferro Stretta Position zurück gehen. Okay. Hier wollen wir im Gegenangriff die Reichweite haben. Sozusagen im Abzug, aber zur Deckung wollen wir auch unseren unteren Körper decken. Parade. Gegenangriff. Deckung. Und eine letzte Sache ist, man kann natürlich alles übertreiben. Das heißt, wenn ein Angriff von hier kommt, kann ich den natürlich sicher nicht blockieren, indem ich hier meinen Körper so weit eingehe. Völlig übertrieben. Wenn ihr nämlich noch genau da steht, dann habe ich euer Schwert zwar hier draußen blockiert, hier drüben aber auch eine riesige Lücke eröffnet. Das ist so etwas, was ihr eigentlich nur wirklich mit einem Partner trainieren könnt. Aber versucht diese Bewegung so klein wie möglich zu erhalten. Es reicht komplett aus, wenn ihr nur so eine kleine Bewegung macht. Wenn euer Körper nämlich dahinter ist, muss die Schwertbewegung eigentlich umso kleiner sein. Also das hier reicht aus. Gegenangriff. Deckung. Ich bin auf jeden Fall sicher und hinter meinem Schwert kann gegenangreifen und zurückweichen. Okay? Also übertreibt es nicht mit diesem hier Ausweichen und in die Richtung decken. Klar, ihr seid viel stärker, aber ihr würdet auch hier eine riesige Lücke aufmachen. Gut. Das gleiche von der anderen Seite. Das heißt, wir starten vielleicht in Guardia di Sopra il Braccia. Und jetzt kommt ein Reverso, gefolgt von einem Reverso Dramazona. Also erster Reverso weitergleiten in den Reverso Dramazona. Und nehmen wir mal, damit das symmetrisch ist, jetzt das linke Bein nach vorne. Eins, zwei. Eins, zwei. Und dann das zweite hier ist ja unser Gegenangriff. Nehmen wir die Hand also ein bisschen höher. Dann machen wir noch einen dritten Schlag hinterher, noch ein Reverso Dramazona. Und landen dann wirklich hier wieder in Coda Longa Alta. Also, Guardia di Sopra il Braccia, Reverso, Gegenangriff und Verteidigung. Das ist erstmal noch ohne Fußarbeit. Eins, zwei, drei. Eins, Gegenangriff und zurück. Gut, und dann bringen wir die Fußarbeit dazu. Wir machen unsere Parade, denkt man. Nicht bis hierhin gehen. Ihr seht, alles hier ist offen. Sollt ihr die Sachen eng lassen, damit wirklich wenig Deckung auf der anderen Seite noch vonnöten ist. So, dass wenn er rumschlägt, beispielsweise nur eine ganz kleine Bewegung für die andere Seite möglich ist. Weil ihr wollt die Tempi, die ihr benutzt, so kurz wie möglich halten. Also, Reverso, dann Gegenangriff und Abzug. Und Abzug, Hand ist wieder vielleicht ein bisschen tiefer. Zack, Abwehr, Gegenangriff und Abzug. In die Richtung einmal. Zack, Parade, Gegenangriff mit Reverso- oder Reverso-Tramationen und Abzug. Gut, dann wollen wir das natürlich in einen interaktiven Drill einbauen. Na, eure Ausgangsposition kann ganz beliebig sein. In einer der Stretta- oder Alta-Positionen. Gar kein Problem. Ich schlage Mandriti und Reverso. Und ihr wehrt ab. Achtet darauf, hier nicht zu weit auszugehen, sondern macht die Bewegung möglichst tight. Und dann Gegenangriff mit einem Dramazone und auch einen Abzug wieder mit einem Dramazone. Bereit? Und dann gehts jetzt los! Dann gehts jetzt los. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, soll dazu reichen. Das nächste ist, was wir uns anschauen wollen, ist, nachdem wir abgewehrt haben, haben wir im Moment meistens mit einem Stich gegenangegriffen. Und diesen Wegeangriff kann man schön mit Tramazoni verlängern. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, unser Stich wird vielleicht abgewehrt, jetzt hier im Guardia di Faccia, dann ist es ja vielleicht eine schöne Bewegung, den direkt mit einem Reverso Tramazoni weiterzuführen. Und idealerweise, wie gesagt, weiterführen und im Abzug direkt der nächste noch hinterher. Es ist immer ganz gut, Tramazoni in Paaren zu schlafen. Und dazu erstmal Isolation. Ihr könnt in einer ganz beliebigen Position starten, ob rechter oder linker Fuß vorne. Und wir fangen erstmal an mit einem Stoccata. In Guardia di Faccia, egal aus welcher Position. Und von hier aus, wir sind vorne, wir lassen unser Schwert hier sinken, wir machen so ein bisschen auf die Hand und dann schlagen wir ein Reverso Tramazoni und noch ein Reverso Tramazoni. Gucken, zack, Stich, ein Reverso, noch ein Reverso Tramazoni. Und der erste Reverso Tramazoni ist wieder ein bisschen höher mit der Hand und der zweite wieder tiefer, um uns dann zu decken. Und dann nehmen wir die Fußarbeit damit zu. Und zwar der erste beim Stich, gehen wir nach vorn. Beim ersten Reverso Tramazoni wollen wir auf die andere Seite, denn wir werden ja hier nach hier weglockiert. Also ist hier was offen. Und dann gehen wir zurück. Also Stich, rumgehen, zurückgehen. Und ihr könnt das ja auch mit dem linken Fuß vorne gemacht haben. Eins, trotzdem in diese Richtung gehen und zurück. Probiert hier einfach verschiedene Fußarbeiten vielleicht mal aus. Also mit Stich nach vorne, rumgehen mit dem ersten Reverso Tramazoni, zurückgehen mit dem zweiten. Und wenn ihr das linke Bein schon vorne habt, im Stich, dann ist es ganz gut, einfach nochmal einen Ausfall zu machen für den Reverso Tramazoni, also nochmal mit dem linken Fuß zu gehen und dann zurück. Also eins, zwei, drei. Also eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oder mit dem rechten Einfachheit wechseln. Gut. Und das gleiche geht natürlich auch mit Guardia Dentra. Wenn wir hier sind, ist es ja wahrscheinlich, dass das gegnerische Schwert auf dieser Seite ist. Wir werden also nach hier weggedrückt und hier eignet sich dann natürlich gut, einen Driebdodtramazoni zu machen oder zwei Gange abziehen möchte ich da. Ganz isoliert. Ganz isoliert. Wir stechen in Guardia Dentra. Auch hier, nachdem wir vorne sind, Armdrehen, erster ein bisschen höher, zweiter tiefer zu abwehren. Also Stich, Tramazoni, Tramazoni, Stich, Tramazoni, Tramazoni. Und wenn wir das haben, dann bringen wir das Ganze wieder ein bisschen zusammen. Wie gesagt, wir können aus verschiedenen Positionen ja hier in Guardia Dentra stechen. Zum Beispiel zack. Und jetzt merken wir, okay, der geht nicht durch, aber jetzt ergibt sich hier eine Öffnung. Ein Tramazoni, noch weiter angreifen, noch ein Tramazoni zum Abziehen. Eins, zwei, drei. Wir gehen nach links und versuchen hier zu stechen, weil das gegnerische Schwert ist ja rechts. Wird geblockt, zack und zack. Gleiches Spiel, wenn der rechte Fuß vorne ist. Hier wird geblockt, einfach ein Ausfall nach rechts und dann zurück. Also zack, zack, zack. Gut. Nachdem wir das haben, können wir das mit einem Drill aus der letzten Lektion verbinden. Und zwar werde ich in den Strata oder Alta Position sein. Und ab und zu werde ich entweder in Guardia Alta gehen oder in Guardia di Sopra di Braccia. Und wenn ich in Guardia Alta bin, dann bedrohe ich euch ja mit einem Mandrito. Dann wäre es also schön, wenn ihr mich stecht in Guardia di Fraccia. Und wenn ich in Guardia di Sopra di Braccia bin, bedrohe ich euch mit einem Reverso. Also es wäre ganz gut, wenn ihr mich in Benfaro bedroht. Auf euren Stich werde ich dann meistens wahrscheinlich wirklich ein Reverso und ein Mandrito folgen lassen. Und ihr stellt euch einfach vor, okay, das trifft euer Schwert. Und ihr nutzt aber diesen Schwung aus, um dann direkt mit einem Tramazone weiterzumachen. Okay? Seid ihr bereit? Dann auf geht's. Ihr seid auch in einer Restretter oder Alta Position. Und wenn ich jetzt hier hochgebe, zack, Stich und Tramazone. Ich bin hier. Ihr stecht mich quasi in Guardia Dentrale. Ich schlage in Reverso, mache hier auf und hier kommen zwei Schläge im Prinzip rein. Der Erste auf mich, der Zweite zu meinem Schwert im Rückzug. Neue Papa dance. Ihr seid wichtig. Das ist dieses Tempo, die Handheben zum Schlag, von dem wir beim letzten Mal gesprochen haben. Gut! Ihr habt ja gemerkt, es wurde jetzt zum Ende schon relativ schnell. Das heißt, wenn ihr mal nicht auf dieses Handheben reagieren konntet, dann nutzt doch einfach diese Gelegenheit aus, um nochmal in eurer Parade und Gegenangriff zu üben. Dann könnt ihr euch ja immer noch vorstellen, dass euer Schwert dann rausgeblockt wird und ihr euren Stich einfach weiterführt. Um in diese Tempi hier auch reinzustechen. Gut, also ich schlage von rechts. Ihr schlagt von rechts, regiert mit einem Stich und geht dann zweimal rum. Und zack. Oder ich schlage von links, ihr schlagt von links. Wenn ihr eins stecht, wird weg, wurde gestört. Mit zwei Tramazoni von der anderen Seite hoch. Bereit? Dann letzter Dritt für heute. Das sind jetzt deutlich kürzere Tempi hier, die ich in den Angriff reinstecke. Ich gehe auch gar nicht mehr wirklich ganz hoch in Guardia Alta oder Soppa de Baccia. Aber trotzdem, das ist ja Sachen, auf die wir reagieren müssen. Eigentlich sind es ja auch immer noch etwas kleinere Tempi, weil ich hebe immer noch die Hand hier. Ganz im Gegensatz dazu, was passieren würde, wenn ich einfach nur das mache. Schwächer, aber schneller. Und da ist kein Tempo, um direkt anzugreifen. Aber hier schon. Viel kürzer. Langsam. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet wieder etwas mitnehmen. Wie gesagt, die Übung könnt ihr gerne direkt nochmal nutzen. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder zur Lektion Nummer 6. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Lektion. Heute geht es ein bisschen mehr um Quantität im Lernen neuer Angriffe. Die sind an sich nicht so schwer. Und zwar, wir kennen ja jetzt schon unsere Fendenti. Also die Schläge von oben. Sowohl von rechts als auch von links. Also Tripto-Fendente und Proverso-Fendente. Wir haben von unten Schläge gelernt. Das sind unsere Falzi. Also Falzo-Dripto und Falzo-Manko. Und heute soll es um ganz viele andere Winkel gehen. Aber all diese Schläge werden mit der Warenschneide geführt. Also die Schneide, die in einer auf der Seite ist, wo unsere Fingerknöchel sind. So. Und wenn wir jetzt von oben schlagen können, mehr oder weniger direkt von oben, dann können wir natürlich auch Steg von oben schlagen. Und das sind die Squalimbri oder ein Squalimbro bei Giovanni della Gocchia. Ihr findet diese Schläge auch in anderen Bologneser Manualen als Squalimbrato. Ich bleibe jetzt einfach erstmal hier bei der Bezeichnung von Giovanni della Gocchia. Und da gibt es natürlich den Mandripto Squalimbro und den Proverso Squalimbro. Also der Schlag von schräg oben von rechts und der Schlag von schräg oben von links. So, es geht direkt weiter. Wir können natürlich auch horizontal schlagen, egal ob der Schlag jetzt oben mittig oder vielleicht sogar tief ist. Es sind immer Tondi oder ein Tondo. Also der horizontale Schlag ein Tondo. Von links der Proverso Tondo und von rechts der Mandripto Tondo. Also Squalimbri und Tondi. Und von unten können wir natürlich auch schlagen. Wie gesagt, mit der falschen Schneide. Das waren unsere ganz typischen Falze, die wir schon kennengelernt haben. Und führen wir diese Schläge aber mit der wahren Schneide. Dann führen wir Ridoppio aus oder ein Ridoppio. Und auch hier wieder Proverso Ridoppio von links und Mandripto Ridoppio von rechts. Also das sind unsere neun Schläge. Wir haben Squalimbri, Tondi und Ridoppio. Jeweils von der Mandripto oder der Reverso Seite. Und jetzt sind natürlich auf diese Schläge ein paar Positionen relativ wahrscheinlich. Denn wir können ja jeden Schlag grundsätzlich wieder als Kolpo Intero schlagen. Also komplett durchziehen. Oder als Mezzo Kolpo, sodass der Ort den Gegner am Ende bedroht. Ich meine, okay, bei den Squalimbri, da ist das relativ klar. Wir landen genauso wieder in den Stretta-Positionen oder in den Lara-Positionen, genau wie eben. Bei den Tondi landen wir vielleicht in Guardia di faccia und Guardia d'entrare. Oder vielleicht in Guardia di sopra e braccio und Guardia alta. Interessanter ist es vielleicht aber bei den Ridoppio. Und zwar gerade bei dem Reverso Ridoppio. Da landen wir in einer Position, okay, wenn wir durchziehen, landen wir natürlich wieder in Guardia alta. Aber wenn wir ihn als Mezzo Kolpo schlagen, dann landen wir in einer Position, die wir bisher noch nicht hatten. Und das ist Guardia d'alicón. Die Position oder die Hut des Einhorns. Und die kennzeichnet sich dadurch, dass der Arm auf jeden Fall auch gestreckt ist. Die Hand, die Handfläche zeigt zu meiner Außenseite. Also das Schwert ist komplett gedreht. Die wahre Schneide zeigt nach oben. Und der Ort ist etwas tiefer als der Griff des Schwertes. Und zeigt entweder auf das Gesicht des Gegners oder vielleicht die Brust. Wie beschreibt das Gerard in der Lara-Position. Und da es ja im Prinzip eine Position auf unserer rechten Seite ist, würde ich euch auch empfehlen, hier wieder den rechten Fuß etwas einzudrehen und die rechte Hüfte etwas zurückzuziehen, um hier den nächsten Angriff wieder etwas Kraft zu geben. Und der wahrscheinlichste Angriff aus dieser Position ist ein Stich. Wir haben, glaube ich, aus den Stretta-Positionen hier unten, konnten wir Stoccati, also Stiche von unten ausführen. Aus dieser Position oben, also, Guardia d'alicón bietet sich ein Stich von oben an. Und das ist ein Imbrocata. Also Stiche von unten ist ein Stoccata oder mehrere Stoccati. Stiche von oben, Imbrocati oder ein Imbrocata. So, wie sieht das auf der anderen Seite aus? Das war nach einem Reverso-Ridopio folgt vielleicht ein Imbrocata. Wie sieht es aus bei einem Mandrito-Ridopio? Ihr werdet merken, dass es gar nicht so leicht ist, diese Hand hier so weit einzudrehen und dann hier noch eine sehr stabile Position zu haben. Die wahrscheinlichste Endposition, in der wir hier wieder landen, ist eine kleine Abwandlung von Guardia di Faccia. Und natürlich können wir auch aus dieser Position direkt stechen. Und diesmal wird es ja ein Stich von unserer eigenen linken Seite sein. Nicht direkt von unten, sondern wenn wir schon in dieser Position sind und jetzt stechen und das Schwert wieder zur Mitte führen, dann kommt er nicht von unten, er kommt nicht wirklich von oben, sondern er kommt einfach von links. Und das ist ein Punta Reversa. Also Punta, der Stich oder eigentlich die Spitze des Schwertes. Und Reversa, naja klar, weil es wieder von unserer Reverso-Seite kommt. Also alles einmal zusammen. Wir kennen ja schon unsere Fendenti, unsere Farsi und wir kennen unsere Dramazioni. Dazu kommt in dieser Woche der Squalimbro, Mandrito und Reverso. Torndo, horizontaler Schlag, auch wieder Mandrito und Reverso. Und ein Ridoppio, Mandrito-Ridoppio und Reverso-Ridoppio. All diese Schläge können wir voll oder halb ausführen. Und wenn wir gerade mit den Halb ausführen, landen wir hier bei den Ridoppi in einer neuen Position. Und zwar nach dem Reverso-Ridoppio landen wir in Guardia da Licorne, die Position des Einhorns. Und hier bietet sich ein Stich von oben an. Und diese Stiche nennen wir Imbrocata. Wenn wir dagegen von rechts unten nach links oben schlagen, landen wir wieder in Guardia di Faccia. Und wenn wir von hier aus stechen, dann kommt der Stich im Prinzip von unserer Reverso-Seite. Ist also ein Punta-Riversa. Okay? Eigentlich sind die Aktionen relativ einfach, aber es sind eine ganze Menge Namen. Das heißt, es ergeben sich auch eine ganze Menge Übungen. Und ich freue mich, euch gleich wieder dazu begrüßen zu dürfen. So, herzlich willkommen zurück zur Übung. Wir machen drei Einzelübungen und jede dieser Einzelübungen könnt ihr für den interaktiven Drill am Ende anwenden. Das erste ist erstmal, wir haben ja eigentlich eine ganze Menge Schläge. Aber beispielsweise, wenn ihr ja schon ein Fendent schlagen könnt, dann könnt ihr auf jeden Fall ein Squalimbo schlagen. Und in dem zu üben, würde ich einfach nochmal den Schleifenschlagbild vorschlagen. Wir kennen jetzt ein Fall zu Dritto gefolgt von einem Mandrito und ein Fall zu Mandro gefolgt von einem Proversum. Und das ist wahrscheinlich einer der Drills, den ihr auch am häufigsten in eurer fechterischen Karriere begegnen werdet. Und was ich euch da eigentlich nur mit sagen möchte ist, versucht ihn öfter auch mal zu variieren. Sowohl, was eure Hand macht, ihr könnt eure Hand die ganze Zeit unten lassen, in den Stratterpositionen. Möglichst kein Tempo geben, aber kleinere Schläge machen. Ihr könnt mehr ausruhen. Ihr könnt ganze Schläge machen. Und vor allem, ihr könnt mit der Fußarbeit so viel variieren. Ihr könnt das mit halben Schritten machen. Wir haben das mit ganzen Schritten schon gemacht. Und macht das mit ganzen Schritten sowohl gleichgerichtet, also rechter Fuß ist vorne, Stab kommt von rechts. Linker Fuß ist vorne, Stab kommt von links. Aber auch im Gegensatz. Um hier in die Cingyara Porta di Ferro Stretta zu kommen. Und Cola Longa Stretta. Und versucht das beliebig hin und her zu variieren, sodass ihr da locker in den Füßen und auch in den Händen in den Körper werdet. Okay. Und für den Drill nachher, es werden wirklich ein Reverso-Mandrito-Drill sein. Wehrt ihr einfach ab mit einem Squalimbro. Und dann könnt ihr beispielsweise gegenstechen oder mit einem Pfahlzug gegen angreifen, wie ihr möchtet. Zweiter Drill, Tondo. Und zwar, wir werden auch erstmal am Anfang wieder ab. Wir werden wieder mit einem Mandrito-Squalimbro oder mit einem Reverso-Squalimbro. Aber jetzt ist der zweite Schlag nicht mehr wie in Übung 3 ein weiterer Fendente, der euch wieder in die Stretta-Position bringt und dann geht ihr hier raus. Das war Übung 3. Sondern es ist ja eigentlich sinnvoll, wenn das Schwert hier ist und wir verlassen, dann ist es eigentlich besser, die Hand hier nicht mehr unten zu haben. Wir gehen ja Reichweite auf. Wir gehen hier quasi diesen Umweg. Mehr Reichweite hätten wir hier. Sondern vielleicht, wenn wir hier schon abgewehrt haben und jetzt eh das Schwert hier lassen, hier auch die maximale Reichweite auszunassen. Also jetzt hier ein Tondo zu schlagen und dann zurückzuweichen und uns dabei Sicherheit zu geben. Und dazu üben wir das wie folgt. Wir gehen in eine Stretta-Position. Vielleicht erstmal Porta di Ferro Stretta. Und von hier aus schlagen wir ein Reverso Tondo. Strecken uns. Und direkt danach ein Reverso Tramazone. So gehen wir gleich nochmal was von letzter auf. Also Porta di Ferro Stretta. Reverso Tondo. Reverso Tramazone. Wieder rüber gehen. Reverso Tondo. Reverso Tramazone. Das erste ist die Riposte im Prinzip. Und das zweite ist das Zurückweichen und Denken. Das heißt, wir können das verbinden, den Tondo mit einem Schritt nach vorne und die Tramazone mit einem Schritt zurück. Das gleiche geht natürlich auch von unserer rechten Seite. Und wenn wir in Coda Longa Stretta sind, also wir haben da was hierhin abgewehrt, dann können wir jetzt ein Mandripto Tondo schlagen und direkt ein Mandripto oder Dritto Tramazone hinterher. Und mit Fußarbeit hier abgewehrt, schön maximale Reichweite und abwehren wieder die Stretta Position, um sich zu decken. Abwehren, Gegenangriff und wieder Stretta Position. Und das hat einfach den Vorteil, dass wenn wir uns hier schon aufmachen, wir gehen ja absichtlich von dem Schwert weg, dass wir dann wenigstens unsere Chance maximieren, den Gegner auch tatsächlich zu verwunden und quasi über die Bedrohung unserer eigenen Sicherheit schaffen, weil er damit etwas tun muss. Und dann natürlich durch die Schnelligkeit hier von Tondo und Tramazone auch uns selber wieder zügig in Sicherheit gegeben kann. Und der dritte Drill ist ein Ausweichendrill. Und zwar im Prinzip weichen wir jetzt den Dritti und Roversi aus, wenn sie auf unseren Schwert gerichtet sind. Und das machen wir, indem wir Ridocchi schlagen. Dazu fangen wir einfach mal an, hier wieder in einer Stretta Position, Porta di Ferro Stretta. Schlagen ein, Mandrito Ridocchio in Guardia da di Corno. Und stechen von hier oben jetzt wieder nach unten in die Stretta Position Porta di Ferro Stretta. Also, Proverso Ridocchio im Brocata. Dann sind wir genau wieder da. Proverso Ridocchio im Brocata. Und noch einmal. Und vielleicht noch einmal ganz klein. Wir können das natürlich auch direkt einfach hochziehen. Aber kleine Kreisbewegungen und zack. Es kann also ein Schlag sein natürlich, dieser Ridocchio. Es kann aber auch einfach ein kleines Ausweichen mit dem Schwert sein. Von der anderen Seite gleiches Spiel. Aus Coda Longa Stretta starten wir. Machen ein Mandrito Ridocchio und stechen ein Punta Rivera. Langen wieder in Coda Longa Stretta. Mandrito Ridocchio, Coda Longa Stretta. Zack, Punta Rivera. Und das geht ganz klein. Zack. Und direkt zurück. Und im Prinzip weichen wir hier, wenn das Gegner unsere Klinge weghauen will. Weichen wir dem aus. Kommt die Klinge von hier und will da nach weghauen. Weichen wir hier aus. Das Schwert ist da. Wir stechen und decken uns. Kommt die Klinge von da und will uns hier hin weghauen. Weichen wir hier aus. Schwert ist da. Stechen und legen uns direkt wieder in Position. Also wenn er hier kommt. Zack, Zack. Stich kommt. Zack. Und direkt wieder decken. Wir tauchen so quasi drunter hindurch. Und mit dem Imbro Kater und dem Punta Rivera greifen wir direkt in diese Lücke an. Der Schlag ist harmlos an uns vorbeigegangen. Weil er zielte ja auf unser Schwert. Es ist also ein Tempo um gegen anzugreifen. Gut. Also interaktiver Drill. Ihr sucht euch eine dieser Übungen aus. Und ich gebe euch jetzt Mandriti und Proversi. Und ihr reagiert entsprechend. Auf geht's. Und ich werde mal halbe Heuer machen. Ich werde mein Kolpo Interi machen. Also ganze Heuer. Und ihr versucht entsprechend darauf zu reagieren. Ja. Das war's. Das war's. Das macht gar keinen Unterschied, ob ich hier ein Fendenter, ein Squalimbo oder vielleicht sogar einen Toll-Urschlager habe. Eure Abwehr ist eigentlich immer die gleiche. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Nehmt die Übung, den interaktiven Drill von gerade hin, ruhig direkt nochmal. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch immer eine der anderen Übungen nochmal zu Hilfe nehmen. Wir haben jetzt ganz viele interaktive Drill schon aufgenommen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns gesund und munter nächste Woche zu Lektion 7 wieder. Hallo und herzlich willkommen zur Lektion 7. Heute wollen wir einen Solo-Drill durchgehen, der uns in dem Buch von Giovanni Dallabocchi beschrieben wird, der insbesondere die Position und Schläge und Angriffe, die wir schon gelernt haben, wiederholen soll. Und zwar, das Buch ist ja eigentlich so als Dialog aufgebaut zwischen Giovanni Dallabocchi und einem Lepido Ranieri. Und dieser Lepido, der fragt Giovanni Dallabocchi verschiedene Fragen, die eben möglichst zielführend sein sollen. Und nachdem Giovanni Dallabocchi alle diese Huten, Positionen Guardias beschrieben hat, fragt Lepido eben, ja wie soll ich denn jetzt in diesen Positionen schreiten, das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Und dann erfährt uns Giovanni Dallabocchi eben genau diesen Drill. So und ich mache den jetzt einmal kurz vor, dann teile ich den im Prinzip in 5 Einzelblöcke, die wir isoliert trainieren können. Und dann bringen wir alles zusammen. Also einmal den Drill komplett von Anfang an. Gut, das war's schon. Der Drill setzt sich wie gesagt aus 5 Einzelteilen zusammen. Und das erste ist das Ziehen des Schwertes. Und hier gibt es tatsächlich zwei Möglichkeiten, die uns Giovanni Dallabocchi gibt. Und zwar die erste ist ein Falzo Manco im Zug des Ziehens zu machen und dann ein Reverso zu schlagen und nach rechts zu gehen. Also Falzo und Reverso im Prinzip schon ein typischer Schleifenschlag. Wir enden auf jeden Fall immer in Coda Longa Strata. Da diese Aktion von Falzo und Squalimbro ganz oft kommt in diesen Drill, nehmt man an oder nehmen wir eigentlich häufig die zweite Variante, die er angibt. Und das ist ein Tondo und ein Squalimbro. Also das erste ist ein Reverso Tondo, also ein horizontaler Schlag mit der Warenschneide und dann den Reverso. Aber wir enden genauso in Coda Longa Strata. Okay, und dann habt ihr vielleicht gemerkt, es ist ganz oft, dass hier so ein Falzo und Squalimbro oder Fendente jeweils zusammenkommt. Und der einzige Unterschied sind hier die Fußarbeiten. Also das erste ist eben diese gleichgerichtete Fußarbeit. Wenn wir von links schlagen, zwei Stücke von links, dass der linke Fuß dann am Ende vorne ist. Wenn wir von rechts schlagen, der rechte Fuß. Und das sowohl vor als auch zurück. Und mit diesem Drill solltet ihr natürlich mittlerweile sehr vertraut sein. Die Füße unterstützen hier eure Hüftdrehung und ihr alterniert zwischen Coda Longa Alta und Porta di Ferro Streata. Ihr könnt ja auch variieren, indem ihr die Hände mal zwischendurch höher nehmt oder eben unten lasst. Gut, das ist der zweite Block. Der dritte Block, dieser gleiche Schleifenschlagdrill. Aber wir alternieren zwischen Cignare Porta di Ferro Streata und Coda Longa Streata. Also die Füße unterstützen nicht mehr zwangsweise unsere Hüftarbeit. Deswegen, um das trotzdem zu ermöglichen, müssen wir sie nach außen setzen. Also Coda Longa Streata, der Fuß zeigt nach rechts. Cignare Porta di Ferro Streata, der Fuß zeigt nach links. Schlag kommt von links, linke Hüfte dreht vor, Schlag kommt von rechts, rechte Hüfte dreht vor. Und damit, wie gesagt, ein bisschen bequem zu werden, das ist hier ganz wichtig. Okay, das war Nummer drei. Nummer vier sind die Tramazoni. In dem Drill werden nur dritte Tramazoni geschlagen, also vor unserem Körper. Und die Fußarbeit dazu sind Trapassata. Bisher sind wir immer so gestritten, dass sich unsere Körperposition gedreht hat. Oder dass wir hier aufgemacht haben, also sich die Hüftposition irgendwie in eine oder andere Richtung verschoben hat. Beim Trapassata bleibt die Hüftorientierung die gleiche. Also in dem Fall, für den Dritto Tramazoni, zeigt der linke Fuß immer nach außen. Wir wechseln zwischen Porta di Ferro Streata und Cignara Porta di Ferro Streata. Okay? Und im Prinzip auf jeden Schritt kommt jetzt hier ein Tramazoni. Und diese Fußarbeit hat, wie gesagt, den Namen Trapassata. Beim nach vorne gehen, gerne darauf achten, dass ihr erst schreitet, wenn der Schlag euch quasi schon Sicherheit schafft. Also in der Präsenz des Gegners ist. Und das Rückgehen könnte natürlich alles gleichzeitig machen. Okay, vierter Block. Das letzte ist dieser Wendepunkt, wenn wir hier vorne sind. Und ihr habt schon gesehen, eigentlich war das ein Ridopio, gefolgt von einem Imbrocata. Und dann geht's in die andere Richtung. Also etwas, was wir letzte Woche schon gemacht haben. Wir starten in Coda Longa Alta. Und von hier aus schlagen wir ein Reverso Ridopio in Guardia Dalicon. Gehen mit dem rechten Fuß vor, zeigt nach außen. Wir laden unseren Stich von rechts auf, stechen den Imbrocata, die Hüfte dreht ein. Wir machen keinen Schritt. Das ist die einzige Aktion, wo wir keinen Schritt machen. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Und zwar mit einem Falzomanco und Reverso. Und landen wieder in Coda Longa Alta. Und um das jetzt hier isoliert zu üben, können wir jetzt von hier aus genau wieder starten. Also, Reverso Ridopio in Brocata und Falzomanco und Reverso. Coda Longa Alta. Guardia Dalicono. Porta di Ferro Stretta. Coda Longa Alta. Und ihr seht, Schritt nach vorne, Stich, kein Schritt, nur Hüfte eindrehen. Und jetzt geht's wieder zurück. Gut, das sind also die fünf Einzelaktionen. Im nächsten Schritt geht es jetzt gleich darum, all das zusammenzubringen. Bis gleich. So, also los geht's. Wir starten gerade. Rücken gerade. Kopf zeigt, Gesicht zeigt nach oben. Man positioniert sich so anmutig, wie es nun geht, schreibt Giovanni Dalagocchia. Die Hacken sind zusammen. Das Schwert ist an der linken Seite, um gezogen zu werden. Und jetzt folgt ihm entweder unser Falzo und Reverso oder unser Reverso Tondo und Reverso Scuolimbo. Machen wir es mit dem Tondo und dabei starten wir nach rechts. Von hier aus kommt unsere erste Aktion und zwar ein Schleifenschlag, der uns in Cingyara Porta di Ferro Stretta endlässt. Also ein Falzo Drito und Mandrito. Von hier aus ein Tramazone und nach vorne gehen. Wir schieben einfach direkt nach vorne in Porta di Ferro Stretta. Jetzt wieder ein Schleifenschlag. Falzo Manco und Reverso. Wir sind fast ganz vorne angelangt. Jetzt ein Coda Longa Alta. Jetzt kommt der Reverso Ridocchio, den Guardia da Licorno. Wir stechen den Imbrocata in Porta di Ferro Stretta. Und gehen zurück mit einem Falzo Manco und Reverso wieder in Coda Longa Alta. Jetzt geht es zurück und zwar mit nicht nur einem Tramazone, Porta di Ferro Stretta, sondern noch einem zweiten Tramazone. Cingyara Porta di Ferro Stretta jetzt. Und jetzt noch ein letzter Schleifenschlag. Falzo Manco und Reverso in Coda Longa Stretta. Und nun sind wir da, wo wir nach dem Ziehen wieder angekommen sind und können das Schwert wieder wegstecken. Also nochmal, erstmal nur die Schläge. Reverso Tondo, Reverso Scolimbo. Falzo Dritto, Man Dritto. Tramazone. Falzo Manco Reverso. Reverso di Doppio. In Brocata. Falzo Manco Reverso. Tramazone, Tramazone. Falzo Manco Reverso. Und fertig. Gut, jetzt einmal mit den Positionen. Wir stehen gerade. Wir gehen in Coda Longa Stretta. Cingyara Porta di Ferro Stretta. Porta di Ferro Stretta. Coda Longa Alta. Guardia da di Corno. Porta di Ferro Stretta. Coda Longa Alta. Porta di Ferro Stretta. Cingyara Porta di Ferro Stretta. Coda Longa Stretta. Und sind fertig. Okay, also das sind im Prinzip hier unsere 5 Blöcke. Und jetzt können wir ja dann üben, das Schritt für Schritt nach vorne zu bringen. Also wir haben ja schon unser Schwert gezogen. Und jetzt hängen wir einfach im Prinzip unseren dritten Block einmal hinten dran. und zwar Falzo Dritto und Man Dritto nach Cingyara Porta di Ferro Stretta. Okay. Wir machen das dreimal. Schwer ziehen und schleifen, schlag, wenn wir nach links gehen. Gut. Von hier aus kommt jetzt ein Tramazone und wir gehen wieder nach vorne. Jede Aktion mit dem Schwert, bis auf diese eine Intokata, ist immer mit einem Schritt verbunden. Und dabei wechselt immer der vordere Fuß in der Art eines Passatas oder eines Trapassatas. Dann machen wir das bis dahin alles zusammen. Wieder dreimal. Schwer ziehen, schleifen stark und Tramazone. Noch mal. Schwer ziehen, schleifen stark, Tramazone. Und noch einmal. Schwer ziehen, schleifen stark, Tramazone. Von hier aus jetzt wieder ein schleifen stark. Zack. Okay. Machen wir das wieder dreimal. Schwer ziehen, schleifen stark, Tramazone, schleifen stark. Schwer ziehen, schleifen stark, Tramazone und schleifen stark. Wir enden in Kula Longa Alta. Letztes Mal. Schwer ziehen, schleifen stark. Schwer ziehen, schleifen stark, Tramazone, schleifen stark. Okay. Und von hier aus geht es im Prinzip mit unserem fünften Block weiter. Und zwar unser Reverso Ridopio in den Imbrocata, also erstmal Guardia da Licorno und jetzt Imbrocata. Und von hier aus, fünfter Block war abgeschlossen mit einem schleifen stark und jetzt wieder zurückgehen. Also hier diese einzige letzte Aktion aus Cura Longa Alta. Reverso Ridopio und Guardia da Licorno während wir nach vorne gehen. Stich, kein Schritt und jetzt mit dem schleifen stark zurückgehen. Also bis dahin alles zusammen dreimal. Schwer ziehen und rechts. Schleifenschlag nach links. Tramazone rechts vor. Schleifenschlag links vor. Ridopio rechts vor. Jetzt Imbrocata kein Schritt. Schleifenschlag rechts zurück. Schwer ziehen. Schleifenschlag, Tramazone, Schleifenschlag. Ridopio, Imbrocata kein Schritt und zurück. Schleifenschlag. Letztes Mal. Ziehen, Schleife, Tramazone, Schleife, Ridopio vor. Kein Schritt im Brocata und zurück mit dem Schleifenschlag. So, wir sind wieder in Cura Longa Alta. Und jetzt folgen zwei Tramazonen. Nummer eins in Cura Longa Stretta. Nummer zwei, Gigara Porta di Ferro Stretta. Machen wir es bis dahin wieder alles zusammen dreimal. Schwer ziehen. Schleifenschlag nach links. Tramazone rechts vor. Schleifenschlag links vor. Ridopio, Imbrocata kein Schritt und jetzt geht es immer nur noch zurück. Schleifenschlag rechts zurück. Tramazone links zurück. Tramazone rechts zurück. Wir gucken immer weiter nach links, unser Tra Passata. Und dann geht es wieder los. Ziehen. Schleifenschlag. Tramazone. Schleifenschlag. Tramazone. Schleifenschlag. Chiguera Porta di Ferro Stretta. Porta di Ferro Stretta. Cura Longa Alta. Guardia De Licorno. Porta di Ferro Stretta. Kein Schritt. Cura Longa Alta. Porta di Ferro Stretta. Porta. Chiguera Porta di Ferro Stretta. So, wir sind fast fertig, es fehlt nur noch ein letzter Schleifenschlag, und zwar jetzt setzen wir den linken Fuß zurück und landen wir wieder in Kodalongas Dritte, drehen quasi nach rechts, alles zusammen, dreimal, schwer ziehen, Schleifenschlag, Tramazonen, Schleifenschlag, Redoppio, Invocata, kein Schritt, und jetzt zurück, Schleifenschlag, Tramazonen, Tramazonen, letzte Aktion, Schleifenschlag, und dann können wir das schwer wieder wegstehen, nochmal, schwer ziehen, Schleifenschlag, Tramazonen, Schleifenschlag, Redoppio, Invocata, kein Schritt, zurück, mit einem Schleifenschlag, Tramazonen, Tramazonen, Schleifenschlag, und Schwert wegstecken. Kein Schritt, zurück, Tramazonen, Tramazonen, Schleifenschlag, und das schwer wieder wegstecken. Gut, das ist eigentlich der komplette Drill, also ihr könnt den Drill nicht nur mit rechts machen, sondern natürlich auch mit der linken Hand, das würde ich euch auch definitiv empfehlen, jetzt ist einfach Reverso eure rechte Seite, und Mandrito eure linke Seite, das heißt, ihr könnt alles genau spiegeln, schwer ziehen, Schleifenschlag, Tramazonen, Schleifenschlag, Redoppio, Invocata, Schleifenschlag, Tramazonen, Tramazonen, Schleifenschlag, und wir sind wieder, wo wir angekommen sind. Ihr könnt die zweite Hand auch anders nutzen, und zwar einfach vielleicht in den Weg bringen, als würdet ihr vielleicht ein zweites Schwert halten, ein Dolch, einen kleinen Schild, einen Buckler, einen Umhang über den linken Arm, und könnt dann natürlich diesen Drill hier genauso gut verwenden. Ihr könnt andere Waffen nehmen, zweihändiges Schwert, versuchen mit einem Speer, und so weiter. Also der Drill hat quasi unbegrenzte Möglichkeiten, ihr könnt den Anfang variieren, ihr könnt die Hände höher nehmen, ihr könnt mal bis in die Lagerposition auch runtergehen und ein bisschen damit experimentieren, versuchen, die Fußarbeit weniger linear zu machen, je nachdem wie er Platz hat. Also nutzt diesen Drill fleißig in eurem Training, um euch vertraut, einfach mit diesen verschiedenen Arten der Fußarbeiten zu machen, und wandelt im Prinzip in den Fußstapfen eines Meisters des 16. Jahrhunderts. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und wir sehen uns nächste Woche zu Lektion 8. Hallo und herzlich willkommen zur achten Lektion in unserem Anfängerkurs für das einhändige Seitschwert nach Giovanni Dalagocchio. Wir haben jetzt eine ganze Menge Angriffe gelernt und auch gelernt, wie wir zwischen diesen Positionen und diesen Angriffen schreiten. Heute wollen wir wieder eine Anwendung lernen, denn wir kennen bisher ja, wie wir beispielsweise den Gegner ausweichen, um dann gegen anzugreifen. Wir wissen, wie wir ihn parieren, um dann gegen anzugreifen. Und wir wissen, wie wir in bestimmten Momenten, beispielsweise wenn er das Schwert hebt, direkt reinstoßen können, um selber die Initiative zu übernehmen. Heute soll es um eine alternative Art der Verteidigung gehen, und zwar das Ausweichen zusammen mit dem Ablenken. Und das ist für die Bologneser Fechtkunst ein sehr typisches Merkmal, dass der gegnerische Angriff beispielsweise mit einem Falzo abgelenkt wird. Was heißt das? Nun ja, wenn der Angriff von rechts kommt, also von eurem rechts, ihr schreibt einen Mandrito, für mich kommt er jetzt von links, dann kann ich natürlich diesen Angriff mit einem eigenen Mandrito abwerfen und so parieren. Also meine Ware-Schneide gegen die gegnerische Ware-Schneide setzen und dann durch das Nutzen meiner Stärke, also dem hinteren Teil meines Schwerters, den Hebel ausnutzen, um mehr Kraft in dieser Bindung zu haben, um dann beispielsweise einen Stich, hier ein Punta-Riversa, als Konter zu setzen. Ich kann natürlich auch nach hinten ausweichen, aber dann muss ich ja selber wieder Distanz zurück legen, um gegenanzugreifen und das gibt meinem Gegner Zeit, um seine eigene Parade und Drehpost wieder zu formen. Eine Alternative ist es eben nicht nach hinten auszuweichen, sondern im Prinzip unter diesem Schwerk drunter durchzutauchen. Also gerade wenn der Schlag beispielsweise sehr steil von oben kommt, also ein Fendente zu euch geschlagen wird oder aber eher ein Tondo zu euch geschlagen wird, der auch sehr hoch ist, dann kann das ja leichter sein, durch eine kleine seitwärts- oder eine kleine Bewegung nach unten, also beim Fendente eher eine Seitwärtsbewegung, beim Tondo eher eine Bewegung nach unten, diesen Schlag auszuweichen, ohne dabei nach hinten zu gehen. Also wir gehen im Prinzip in die Richtung, aus der der gegnerische Schlag kommt. Und da wir uns aber nicht nur auf unsere eine Fußarbeit und das Ausweichen verlassen wollen, nehmen wir das Schwert dazu, um uns zu unterstützen. Und zwar stellen wir uns vor, der Schlag kommt eben hier für uns von links, also der Gegner schlägt ein Mandrito und wir stehen selbst in Porta di Ferrolaga. Wenn der Schlag von mir kommt, kann ich mit schön gestrecktem Arm, wir wollen ja die maximale Reichweite unseres eigenen Scherdes ausnutzen, quasi hinter den gegnerischen Schlag gehen, er kommt von hier, ich gehe hinter den gegnerischen Schlag und leite es so ein bisschen um, dass das so einen leichten Stups noch weiter in diese Richtung kriegt. Und automatisch, ein bisschen nach oben und so ein bisschen für mich nach rechts wird das Schwert geschockt, sodass es dann an mir vorbeigeht. Also was ich mache, ist im Prinzip ausweichen und hier schön mein Schwert hin und im Prinzip meinen Körper jetzt hinter meinem Schwert verstecken. Das ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur das macht, und das schreibt Giovanni da der Rück hier selbst, wenn man nicht schnell genug im Körper und im Arm ist, dann läuft man die Gefahr, sich das gegnerische Schwert selbst ins Gesicht zu ziehen und trotzdem getroffen zu werden. Also wir müssen hier die Verbindung machen zwischen Körperbewegung und Armbewegung. Und wie gesagt, wichtig ist, dass ihr hier wirklich die ganz Länge eures Armes und Schwertes ausnutzt. Und tendenziell trifft man jetzt das gegnerische Schwert mit der eigenen Schwäche, im Fall gleich zur Parade, wo wir mit der Stärke treffen. Aber wir versuchen das ja auch gar nicht aufzuhalten, sondern wir geben ihm einfach einen zusätzlichen Schuss. Und von hier aus gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir können beispielsweise selber auf der gleichen Linie zurückschlagen. Also ich mache einen Pfalzomanko und schlage dann einen Mandrito und weiche aus. Oder, wie wir das schon eigentlich oft gelernt haben, so ein Schleifenschlag ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Das Ding stellt es jetzt hier drüben. Ich weiche aus, lenke es nach da ab und schlage jetzt einen Reverso. Und was Giovanni della Gocchia beschreibt als ideale Möglichkeit dieser Anwendung des Pfalzos zum Ablenken ist, immer einen Pfalzo mit einem Traumazone zu verbinden. Da man dort die Abwehr und den Gegenangriff im Prinzip fast in einem Tempo vollzieht. Und dazu schreibt er, okay, im Prinzip schon fast im Tempo des Pfalzos dreht man schon fast auf die wahre Schneider. Also ich ziehe das hier zwar hoch, aber automatisch geht das hier im Prinzip fast schon in Richtung Ridocchio. Also fast bei Giovanni della Gocchia schon so eine Zwischenversion und deswegen werden wir die auch gleich nochmal extra trainieren in der Übung und dann kommt der Traumazone als Gegenangriff. Von der anderen Seite geht das natürlich auch. Kommt der gegnerische Schlag von hier, schlage ich selbst einen Pfalzo dritto und weiche selber hier nach rechts aus. Genauso muss ich wieder meinen Körper hinter mein Schwert bringen, weil wenn ich hier nur den Schwert anhebe, kann es natürlich sein, dass ich immer noch hier genau in der Linie des Schwertes stehe. Ich möchte also meinen Körper auch rausbringen, es ist also immer eine Schwert- und eine Körperbewegung. Und nach dem Pfalzo kommt nach Giovanni della Gocchia eben ein Traumazone. Und auch hier sagt er, man muss wie gesagt schnell sein, man dreht schon das Schwert hierbei so weit, dass man fast, er sagt fast mit der wahre Schneider erwischt, also es geht fast so ein bisschen in die Richtung von einem Ridocchio. Und natürlich könnt ihr das mit dem Ridocchio oder Ridocchio auch von Anfang an machen. Stellt euch vor, ihr seid in einer anderen Position, die wir bisher noch nicht hatten, nämlich, wir kennen ja Guardia di Sopra Ibraccio, also die Position mit dem Schwert über dem linken Arm. Es gibt auch die Position Guardia di Sopra Ibraccio, das ist die Position des Schwertes unter dem linken Arm. Und im Prinzip zeigt hier das Schwert auch wieder nach hinten und es ist eine schöne Ausgangsposition, um ein Overso-Docchio zu schaffen. Doch hier können wir mit diesem ausweichen und alles andere bleibt eigentlich gleich. Eine analoge Position gibt es natürlich auch auf unserer rechten Seite. Und hier wissen wir ja alles was rechts von unserer Seite ist, ist eigentlich diese Codalonga Position, also Strata und Lager oder mit dem linken Fuß vorne war es hier Alper. Und jetzt gibt es hier hinten natürlich auch noch eine Position, das ist auch Codalonga, eine der eher selten genutzten Varianten davon und das ist Codalonga Distesa. Und die gibt es sowohl auch, genau wie Lager gibt es diese mit dem rechten Fuß vorne als auch mit dem linken Fuß vorne. Und von hier aus kann man natürlich auch ein Mandrito Ridocchio schlagen, um dann gegen anzugreifen. Entweder mit einem Stich, also einem Punta Reversa, oder wie Giovanni Dallagocchi beschreibt, mit einem Drito Tramazono. Also einmal kurz alles zusammengefasst. Wir kennen zwei neue Positionen, Guardia di sotto e braccio, also die Position unter dem Arm, sowohl mit rechts als auch mit links vorne. Auf der anderen Seite quasi gespiegelt ist Codalonga Distesa, heißt genauso ob das rechte oder das linke Bein vorne ist. Und wir wissen jetzt, dass wir nicht nur parieren kontern, ausweichen kontern können, sondern wir können im Prinzip Schwert und Fußaktion zusammen verbinden, um entweder mit einem Falzo oder einem Ridocchio den niederischen Schlag abzulenken und dann in die Lücke zu kontern. Und dabei ist es eben wichtig, dass der Arm gestreckt ist und der Körper hinter dem Schwert ist. Hier hinter dem Schwert oder von hier so hinter dem Schwert, sodass wir uns das gegnerische Schwert nicht selbst ins Gesicht ziehen. Gut, das ist eine ganze Menge zu üben und dann sehe ich euch gleich wieder. So, schön, kommen wir zur Übung. Ganz kurz eigentlich nur zum Aufwärmen machen wir einmal nochmal den Steifenschlag. Und zwar aus Porta di Ferrolaga schlagen wir einen Falzo-Manko und einen Reverso in Codalonga-Laga und von hier aus einen Falzo-Drito und Mandrito. Das war, was wir bisher schon sehr oft gemacht haben. Und auch hier können wir natürlich schon alleine durch unsere Hüfte, können wir uns hinter unser Schwert bringen, indem wir unsere Hand die ganze Zeit vor unserer Brust lassen, sind wir auch automatisch sicher. Im Vergleich dazu, wenn jetzt die Hand quasi meine Brust überkreuzt und ich merke, hier ist auf jeden Fall immer noch offen im Vergleich zu hier, wo, wenn das gegnerische Schwert jetzt wirklich hier ist, bin ich auf jeden Fall in Sicherheit, okay? Nicht in Sicherheit ist diese Linie nicht gedeckt, bin ich in Sicherheit diese Linie ist gedeckt. Genau so auf der anderen Seite, nicht gedeckt, gedeckt. Ja? Also die Körperdrehung macht hier einen ganz wesentlichen Anteil aus. Okay. So, das können wir natürlich auch mit Schritten machen und dann kann ich, wenn ich beispielsweise einen Falzo-Drito schlage, mit dem linken Fuß nach rechts gehen, um dann mit einem Mandrito zu fahren. Und da wir es idealerweise gleich wie Giovanni della Gropche vorschlägt machen wollen, schlagen wir nicht nur ein Mandrito, sondern gleich ein Drito-Tramazone. Also Falzo-Drito, Schritt mit dem linken Fuß und Drito-Tramazone. Und ihr seht schon, da habt ihr auch Gelegenheit gleich noch ein bisschen Distanz auf den Gegnern gut zu machen, ne? Ihr habt ihr abgewehrt, er geht vielleicht zurück und ihr könnt hinterher. Linker Fuß auf dem Falzo und jetzt habt ihr hier die Gelegenheit, auch verschiedene halbe Schritte noch in diesen Drito-Tramazone reinzukommen. Okay. Von der anderen Seite ist das Ganze natürlich genauso möglich. Da wird eure Post allerdings wahrscheinlich eher auf den gegnerischen Schwertarm ausgerichtet sein. Da ist ja dieser rechte Arm des Gegners. Und hier ist es natürlich genauso, ihr dreht euch ein. Der linke Fuß geht jetzt nach links und hier könnt ihr entweder zurückweichen mit dem rechten Fuß und die Distanz auf den Gegner gut machen oder ihr verringert die Distanz und dann müsst ihr einfach nur hier genauso nach vorne gehen. Das sind immer die Möglichkeiten. Natürlich könnt ihr auch hier, könnt ihr den rechten Fuß nach hinten nehmen. Ich muss nur ein bisschen mit dem Platz aufpassen. Und auf der Proverso-Seite genauso Falzo und nach hinten oder Falzo und Proverso-Tramazone nach vorne. Beides ist möglich. Und natürlich geht das auch mit dem linken Fuß vorne. Probiert euch da selbst einfach mal aus. So idealerweise wollen wir ja für diesen Schlag hier noch ein gewisses Setup machen. Also an sich klar, diese Positionen sind ja an sich auch schon eine Einladung. Wenn ich hier bin, lade ich irgendwie was ein. Aber wenn ich mich einfach nur so meinem Gegner nähe, ist es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, muss man genauer sagen, dass der Gegner mich jetzt tatsächlich angreift. Ich weiß, ich habe da was im Schilde. Wie ist es besser? Naja, wir können ihm ja bewusst ein kleines Tempo geben, um dann auszunutzen, wie er sich bewegt. Sagen wir, der Gegner steht beispielsweise schon mit dem Schwert irgendwie auf seiner rechten Schulter. Oder hier ausgeholt, wie zu einem Mandrito. Oder in einer Position vielleicht eher ein Kula-Longa-Streta. Und wir überlegen uns, okay, was wird er jetzt machen? Naja, wir könnten ihm ja schon mal ein kleines Tempo geben, indem wir einfach selber ein Mandrito als Kolko in Temo schlagen. Und dann abwarten kurz, was er macht. Und vielleicht schlägt er ja dann dieses Mandrito. Also es ist ein Mandrito, Falso und Reverso Tramazon. Mandrito, gucken ob was kommt, Falso, Reverso Tramazon. Oder auf der anderen Seite, vielleicht hat der Gegner seine Position gerade in Guardia di Sopra di Braccio. Schlägt also von links. Der Schlag kommt eher für mich von da. Naja, dann vielleicht kann ich ihn ja dazu überreden, diesen Schlag auch zu machen. Indem ich selber einen Reverso als Kolko in Temo schlage. Ich bin hier offen und jetzt zack. Rechnig kann ich ihn zum Angriff rechnen und ihn weiter ablenken und gegen angreifen. Also diese Aktion, Reverso in Coda Longa Laga und dann Falso und Derito Tramazon. Gut. Wir wollen uns diese Sache mit der Warenschneide aber auch noch angucken. Wie gesagt, Giovanni della Glocchia beschreibt ja, man dreht hier schon fast auf die Warenschneide. Dazu wollen wir uns mal angucken, wie es dann theoretisch mit der Warenschneide geht. Und dazu starten wir einfach mal in Guardia di Sopra di Braccio. Also mit dem Schwert unter dem linken Arm, als hättet ihr das vielleicht gerade sogar weggesteckt. Oder ihr versucht es nur vielleicht mit einem Schild oder einer Hand oder Mantel vor dem Gegner zu verbergen. Auch aus dieser Position kann natürlich so ein Ableiten geschehen. Einfach mit einem Reverso Redoppio. Das ist das Erste, was wir machen. Wir schlagen einen Reverso Redoppio. Und von hier aus könnte man natürlich wieder Tramazonen machen. Aber weil es sich hier halt so schön anbietet, stechen wir jetzt hier einen Imbrocala. Wir schlagen das Schwert dahin, wir stechen den Imbrocala. Und weil das Schwert ja noch da ist, sollten wir auch unser eigenes Schwert hier lassen. Außer man da drüben, dann nehmen wir es natürlich auf die andere Seite. Also wir sind hier, der gegnerische Schlag kommt. Wir können genauso mit einem Mandrito provozieren, den ziehen wir nur noch weiter durch. Wir schlagen unseren Reverso Redoppio und stechen den Imbrocala. Also nochmal alles komplett. Mandrito, die Öffnung quasi. Der Schlag kommt von hier. Zack. Gegensticht. Und abwärmen. Vielleicht hier geht's von der anderen Seite. Genau, das Schwert vielleicht schon da. Ich provoziere. Das Schwert kommt von hier. Weiche aus und leite um. Das Schwert wirklich schön, immer wenigstens bis auf eure Kopfhöhle heben. Wie gesagt, nur mit dem Platz hier aufpassen. Zack. Und jetzt könnt ihr einen Punta-Riversa stechen. Oder natürlich, ihr könnt natürlich hier die Tramazoni schlagen. Ja, kein Problem. Macht, was ich hier für euch am wichtigsten, äh, am richtigen, am richtigsten, was ich für euch richtig ansehe. Gut, das sind also unsere Varianten. Und jetzt zum Schluss möchte ich, dass wir das alles nochmal zusammenbringen, in einem interaktiven Drill. Und zwar gebe ich euch, ähm, Mandriti und Roriasi. Einige werden eher auf eure Körpermitte ausgerichtet sein. Und das sind Schläge, die ihr generell eher passieren solltet. Weil man den, naja, vielleicht durch Fußarbeit nach hinten ganz gut ausweichen kann. Aber wenn ihr im Moment gerade daran arbeitet, im Prinzip nicht nach hinten auszuweichen, um die Distanz zu halten und besser gegenangreifen zu können, dann solltet ihr diese Schläge wohl parieren. Und dann pariert ihr sie beispielsweise in einem Mandriton und dann einen Mandriton könnt ihr gegenstechen. Wenn ich aber eher hoch schlage, na also ich werde ein paar hohe Tonnen die werfen und auch ein paar Fendente, ein paar Fendente, die quasi hier drüber gehen, na also zum Vergleich das hier vielleicht eher zu eurer Körpermitte. Ich hoffe, das wirkt auf der Kamera. Ein Fendente, der also fast schon über euch rüber geht, sieht vielleicht eher so aus. Und dann versucht ihr diesen Fendente dann auszureichen. Und zwar entweder indem ihr drunter ausweicht und einen Pfalzo macht oder indem ihr drunter ausweicht und einen Ridocchio macht. und eure Position am Anfang könnt ihr einfach frei wechseln zwischen den langen Positionen und Guardia di sotto e braccio oder auch Cauda longa distesa. Okay? Seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Ich werde mich wieder ein bisschen bewegen und ihr könnt das mir am besten gleich tun. Gehe ich nach vorne, geht ihr so ein bisschen nach hinten, schaut einfach wie ihr Platz habt. Dann kommt jetzt entspannt der erste Schlag. Ich hoffe, man kann sehen, dass man unter dem ausweichen konnte. Oder unter dem hier. Wenn der schon fast eher zu den Beinen ging. Angriffe zu Körpermitte oder nach unten eher parieren. Angriffe nach oben. Versuchen eher leicht rauszuweichen, wenn es hier eine ganz gute Möglichkeit gibt. amplified auf den Beinen geht. Und dann vergessen wir nicht das Lächeln, diese Sache soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Und dann ziehen wir noch einmal kurz das Tempo an. Gut, und dann gab es nochmal einen zu den Beinen zum Abschluss. Gut, also ich hoffe ihr konntet eine ganze Menge mitnehmen. Idealerweise macht ihr diese Übung natürlich auch mit einem Partner, wenn euch das möglich ist. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, euch nächste Woche dann wiederzusehen. Vielen Dank! Hallo und herzlich willkommen zur neunten Lektion in unserem Anfängerkurs für das einhändige Schwert nach Giovanni della Gocchia. Heute habe ich mir etwas Unterstützung mitgebracht, um euch eine sehr wichtige Position in der Bologneser Tradition zu präsentieren und zwar Guardia di Testa. Giovanni della Gocchia weichte so ein bisschen ab von den anderen Bologneser Fechtmeistern. Und zwar normalerweise wird Guardia di Testa dargestellt, dass der Schwertarm nach oben auf den Gegner zu zeigt, ungefähr auf Schulterhöhe und das eigene Schwert zeigt nach oben und nach links. Bei Giovanni della Gocchia ist die Hand noch ein klein bisschen höher, denn Guardia di Testa soll ja den Kopf schützen. Die Schwertspitze zeigt allerdings nach unten. Und dann kann ich den Gegner ungefähr hier durch dieses kleine Dreieck anschauen. Das ändert natürlich so ein bisschen die Funktion, wenn ich sagen würde, okay, Guardia di Testa, das schützt mich wahrscheinlich eher auf der rechten Seite, obwohl natürlich, wenn ich den Körper hinter mein Schwert stelle, kann mich die falsche Schneide genauso schützen. Guardia di Testa nach Giovanni della Gocchia schützt in seiner Grundposition wahrscheinlich eher die linke Seite, aber natürlich auch die Durch eine leichte Körperdrehung kann auch hier ein Proverso, also ein Angriff auf meine rechte Seite abgewertet werden. Wie wenden wir diese Position an? Naja, das ist keine statische Position, sondern Giovanni della Gocchia begibt sich immer aus einer anderen Position in Guardia di Testa, um dann einen Angriff abzuwerten und danach natürlich zu kontern. Also, wie kann man so einen Angriff kontern? Beispielsweise einen gegnerischen Mandrito. Ja, es gibt zwei Varianten, die uns Giovanni della Gocchia gibt. Das erste ist ein Mandrito, beziehungsweise am liebsten schlägt er natürlich dann zwei Dritti Tramazoni. Also, wenn der gegnerische Angriff hier kommt, dann werden wir merken, okay, ja, im Prinzip kriegen wir ja schon Druck auf unser Schwert hier und müssen es einfach nur auf dieser Bahn weiter vorschießen lassen, entweder zu einem Drittor Tramazoni oder zu zwei. Das geht auf der anderen Seite natürlich genauso. Wenn wir von hier Druck kriegen, können wir natürlich genauso Dritti Tramazoni ausführen. Die zweite Variante ist, darauf zurückzuführen, dass natürlich Guardia di Testa schon sehr ähnlich ist zu Giovanni della Gocchias Guardia da Licorno. Der Unterschied ist, dass im Guardia di Testa das Schwert eher etwas links am Gegner vorbeizeigt, während im Guardia da Licorno die Hand noch höher ist und das Schwert auf die Gegner zuzeigen. Aber natürlich ist der Übergang vom einen in die andere Hut sehr fließend. Das heißt, ich kann aus Guardia di Testa in einer kurzen, im Prinzip Proverso-Ridoptio-Bewegung, also ich mache hier so ein klein, ziehe das Schwert und die Spitze hier hoch, kann in einer kleinen Bewegung zu Guardia da Licorno übergehen und dann natürlich ein Imbrocata bequem stechen. Und Giovanni della Gocchia gibt uns diese zwei Alternativen, Mandrito bzw. Trittor di Famazoni und Imbrocata immer als Alternativen auf einen indorischen Angriff, ob nun Mandrito oder Proverso ein. Und mein Assistent soll nun helfen, etwas klarer zu machen, wie wir jeweils auf den indorischen Angriff reagieren und wo welche Aktion wahrscheinlich besser wäre. Und dazu versuche ich, den indorischen Angriff in zwei grundsätzliche Unterarten aufzuteilen und zwar einen starken im Prinzip und einen schwachen Angriff. Was meine ich damit? Damit meine ich nicht doller zuhauen, sondern im Prinzip, wo das gegnerische Schwert im Vergleich zu eurem landet. Sagen wir mal, das gegnerische Schwert gleitet eher in eure eigene Schwäche. Ihr merkt also, der gegnerische Angriff ist stark und wahrscheinlich geht er dann weiter nach unten und ihr merkt wirklich, wie das gegnerische Schwert immer weiter in eure Schwäche geht. Das ist der ideale Zeitpunkt, der ideale Zeitpunkt, der gegnerische Angriff kommt von hier, um aus dem indorischen Angriff rauszutreten, also nach rechts zu gehen und dritt die Tramazonie zu sterben. Denn ihr werdet merken, wenn das gegnerische Schwert hier ankommt, ihr könnt selbst hier ein bisschen ziehen, das gibt im Prinzip euren eigenen Tramazonie schon direkt die Kraft, die sie brauchen. Einmal noch von der Seite, also das Schwert kommt hier und ihr lasst einfach die Kraft durchgehen und nutzt sie, um dem Gegner ein Tramazonie zum Gesicht zu schlagen. Gut, die Alternative ist, dass der gegnerische Angriff nicht stark, sondern schwach ist. Und ihr werdet merken, dass der gegnerische Angriff eher in eure Stärke gelangt. Wie gesagt, ihr könnt so immer leicht versuchen, schon grundsätzlich im Guardia, also sobald ihr pariert habt, im Guardia da die Korne zu gehen. Und wenn ihr das merkt, dass dieser Angriff schwach ist, also beispielsweise sehr direkt auf euren Kopf geht und ihr den jetzt hier in der Stärke habt, also sehr nah an eurer eigenen Hand, dass es euch leicht fallen wird, den gegnerischen Angriff einfach weiterzuleiten. Es geht so ein bisschen in die Richtung des drunter Durchtauchens von letzter Woche, mit einem Proverso Ridoppio. Im Prinzip das gleiche Prinzip. Wir tauchen hier drunter durch, sind dann in Guardia da die Korne, ob mit dem rechten oder dem hier dem rechten, vorhin dem linken Fuß vorne. Und von hier können wir perfekt einen Imbrocata stechen. Okay? So. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Interessanterweise ganz genauso. Erstmal, das einzige, was wir beachten müssen, ist, dass wir uns selber in Richtung des gegnerischen Angriffs ausrichten müssen. Denn ansonsten ist natürlich unser rechter Arm hier einfach offen für einen gegnerischen Angriff. Wir müssen uns also leicht eindringen. Aber dann grundsätzlich das Gleiche. Dann nimmt der gegnerische Angriff hier direkt in unserer Stärke. Dann können wir einen Imbrocata stechen. Und zwar jetzt zwar nicht zum Gesicht des Gegners, sondern eher zur Körpermitte, in Richtung Bauch. Aber hier haben wir im Prinzip Kontrolle über das gegnerische Schwert und können nach unten stechen. Dann kommt das gegnerische Schwert eher wieder in unsere eigene Schwäche. Also ihr fühlt, dass es zu stark ist und ihr dem nicht widerstehen könnt. Ist das zum Glück auch immer ein Zeichen dafür, dass der Angriff relativ tief zu euch geschlagen wurde. Und wir wissen, die Höchstreichweite haben wir auf Schulterhöhe. Das heißt, wenn jemand tiefer schlägt, können wir dem vielleicht ausweichen und direkt gegen angreifen. Und das wollen wir hier nutzen. Kommt dieser Angriff also hier im Prinzip nach unten auf mein Schwert und ich merke das, dann kann ich auch den einfach durchlassen. Und einfach durch eine kleine Gewichtsverlangung und auch durch das Gehen im Prinzip hier, wenn der Schlag tief kommt, nach rechts direkt durchlassen und dann zum gegnerischen Kopf schlägt. Oder natürlich auch zum Arm. Gar kein Problem. Also, der Angriff kommt auf eure Stärke. Wir stechen mit einem Embrokata. Der Angriff geht in eure Schwäche. Durchschlagen mit einem oder zwei, dreht die Tramazon. Die letzte Aktion, die ich noch kurz behandeln möchte, ist das sogenannte Ring. Und zwar, wir haben bisher unsere linke Hand noch kaum genutzt, aber ein Präse kann durchaus nützlich sein. Und zwar könnt ihr mit der linken Hand aus dieser Position sehr einfach, nachdem ihr hier pariert habt, zur gegnerischen Schwert angreifen. Das gegnerische Schwert kontrollieren und dann mit noch mehr Kontrolle euren eigenen Konter durchführen. Das geht sowohl gegen ein Mandritum, aber natürlich auch hier gegen ein Proverso. Auch hier kann man natürlich dann stechen oder man kann auch schlagen, wie es sich eben gerade anbietet. Also die linke Hand ist natürlich nicht immer nur inaktiv und an eurer Hüfte oder hinter eurem Rücken. Sondern sie kann aktiv hier nach vorne gehen, hinter dem Schutz eures Schwertes. Oder wenn der Schlag von der anderen Seite kommt, schützt euch euer Schwert hier und zum Gegner gehen. Ihr könnt sogar zur Klinge des Gegners greifen. Da sind schließlich keine Lichtschwerter, die euch sofort die Hand verbrennen, wenn ihr sie nur anfasst. Gerade auf die Fläche, also mit den Fingerspitzen auf die eine Fläche, mit der Daumenwurzel und dem Daumen auf die andere, ist das überhaupt kein Problem, das gegnerische Schwert anzufassen und man kann es sehr gut kontrollieren. Also auch hier auf die etwas größere Reichweite, ein Griff hier und dann ein Gegenschlag ist eine sehr sichere Aktion für euch. Und im Zweifelsfall könnt ihr sie sogar zu einer Entwachtung führen und ihr müsst den Gegner im Prinzip nicht mal verletzen. Gut, also einmal alles zusammengefasst. Die Position, die wir heute gelernt haben, war Guardia di Testa. Und zwar kann sie uns sowohl nach links als auch nach rechts durch eine kleine Körperdrehung schützen. Kommt der Angriff in unsere Stärke, kontern wir mit einem Inbrochata. Kommt der Angriff in unsere Schwäche, kontern wir mit Dreti-Tramazon. Es ist außerdem eine Position, in der wir gut unsere linke Hand mit in einen Ring, in einen Präser nehmen können. Gut, das ist eine ganze Menge zu üben, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir kommen zurück zur Übung. Die erste Übung, die wir absolvieren wollen, ist der Übergang in Guardia di Testa und den Dreti-Tramazon. Und dazu starten wir in eine der beliebigen Strata oder Lagerpositionen. Und als erstes gehen wir einfach in Guardia di Testa und von hier aus schlagen wir in einem fließenden Übergang zwei Dreti-Tramazoni und gehen nach rechts. Also, auf geht's. Warte die Testa und Dreti-Tramazoni. Der erste ist der Konter und der zweite Dreti-Tramazoni ist wie immer zum Zurückweichen. Werden Sie die Testa und 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 der zweite Dreti-Tramazoni. Gut, nachdem wir das haben, geht es jetzt weiter, dass wir uns vorstellen, der gegnerische Stag kommt jetzt nicht mehr von unserer eigenen linken Seite, der Gegner schlägt also kein Mandrito mehr, sondern ein Reverso und das einzige was wir dazu nehmen ist, dass wir uns jetzt etwas bei dieser Bewegung nach rechts drehen, aber nachdem er stark hingekommen ist, machen wir weiter, indem wir nach rechts gehen und zwei Dritte Tramazoni stark. Also wir stellen uns vor, der Angriff kommt von unserer eigenen rechten Seite, gehen nach später ein Reverso, zwei Dritte Tramazoni. Der gegnerische Angriff kommt in Richtung vielleicht unserer Hüfte oder uns Bauchriss, geht hier durch und wir lassen ihn einfach weiter. Und wir können hier auch zurückziehen, aber die grundsätzliche Bewegungsrichtung ist eben nach rechts. Also er kommt vielleicht sehr weit hier oben und vielleicht eher mit dem Fuß zurück und einfach die Distanz zum Gegner managt. Managt. Gut, also Übergang Guardia di Testa in Dritte Tramazoni. Das nächste ist der Übergang von Guardia di Testa, im Prinzip Guardia da die Körnung, um ein Imbrocata zu stechen. Und wo dieser Imbrocata endet, hängt natürlich davon ab, wo das Gegnerische Schwerter ist. Also, wir sind wieder in einer der Lager- oder Stretta-Positionen, stellen uns vor, der Schlag kommt von links, also eigentlich immer schon mal ein Drehtor, gehen in Guardia di Testa, wir leiten das Teil nach rechts weiter und gehen vielleicht sogar sogar selber noch nach links und von hier aus können wir ein Imbrocata stechen und dann ist das Schwerter, immer noch auf der Seite. Also, Guardia di Testa, weiter drüber gehen, im Prinzip Guardia da die Körnung, im Imbrocata und decken und abziehen. Vielleicht auch wieder mit einer kleinen Öffnung zwischendurch, wenn man schlecht. Gut, ähnliches Spiel, jetzt analog für einen gegnerischen Proverso. Wir drehen uns erstmal wieder, wir drehen uns auf den gegnerischen Stich zu, wir denken, das Teil ist hier. Und dann stechen wir diesmal eher etwas tiefer, weil das gegnerische Schwert ist ja hier oben. Wir können sogar diesmal ins gegnerische Schwert reingehen, beides ist auf jeden Fall möglich. Also, das gegnerische Schwert ist hier oben, wir können sogar hier reinstechen, das gegnerische Schwert würde dann auf die andere Seite gehen, dann würden wir halt nach dem Stich, weil wir ein Travazone schlagen, ein dritter Travazone. Also, wir machen eine Öffnung, der Schlag kommt von unserer rechten Seite, wir wehren ab und wir stechen eher in Körpermitte und ziehen dann wieder ab. Entweder wieder in Guardia di Testa oder Guardia dell'Icono oder sogar in Guardia d'Entrava. Oder natürlich in einer der Codalonga-Position. Gut, das soll dir soweit passen. Das erste, was ich mit euch als interaktiven Dreher zusammenbauen möchte, ist eure grundsätzliche Reaktion. Ich werde Roversi und Mandriti schlagen, manche gehen nach oben zum Kopf, manche gehen eher in Richtung Körpermitte. Wenn der Schlag nach oben kommt, dann möchte ich, dass ihr euch vorstellt, dass ihr das mit eurer Stärke kriegt. Ihr zieht im Prinzip wie mit einem Reverso-Ridopio eure Spitze hoch in Guardia dell'Icono und könnt stechen. Also der Schlag kommt hoch, bedeckt und stecht mit einem Reverso-Ridopio. Kommt der Schlag zur Körpermitte, gleiches Spiel erstmal, Guardia di Testa. Aber nun stellen wir uns vor, es geht eher in unsere Schwäche und wir machen direkt die Trauma zurück. Gut, seid ihr bereit? Dann beginnen wir ganz entspannt. Ihr startet in einer der Stretta- oder Lagerpositionen, einer der tieferen auf jeden Fall. Gut, seid ihr bereit? Gut, seid ihr bereit? Gut, seid ihr bereit? Zu Hause. Gut, seid ihr bereit? Punkt, seid ihr bereit? Wir können rausりました. Okay, eine letzte Sache möchte ich noch dazu nennen, denn diese Reaktion aus eurem Guardias, im Guardia die Tester zu verteidigen, kann durchaus gegen alle gegnerischen Angriffe durchaus wirksam sein. Also nicht nur gegen Mandriti nach oben in die Mitte und Roversi nach oben in die Mitte, sondern natürlich auch gegen Roversi und Mandriti nach unten. Denn, wir haben ja schon besprochen, die Geometrie schützt euch im Prinzip. Wenn ihr also merkt, das irische Schwert fällt unter euren eigenen Schwerten durch, ist das Ärmste, das Wichtige, was ihr machen müsst, den Fuß zurückzuziehen. Und tatsächlich, auch wenn ihr merkt, das gegnerische Schwert geht schon eher in Richtung eurer Körpermitte, würde ich wahrscheinlich den vorderen Fuß leicht zurückziehen, einfach nur um sicher zu gehen. Und dann merkt ihr, es geht unter euch hindurch und nun habt ihr direkt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr stecht direkt den Imbrocata, indem ihr es noch ein bisschen weiter hochzieht. Oder natürlich, wenn ihr hier seid, könnt ihr auch nach eurem Imbrocata direkt noch direkt die Tramazonie hinterherwerfen. Dieser Imbrocata ist natürlich nichts anderes als schon der erste Teil eines Tramazonen. Und so bringen wir alles zusammen. Also, für Angriffe von unten oder vielleicht auch schon in die Mitte, vorderen Fuß zurückziehen. Merken, okay, der geht wahrscheinlich nach unten. Stich, maximale Reichweite nutzen, durchquerten lassen und direkt noch einen Tramazonen hinterher. Also nochmal von der Seite. Ich merke, der Angriff kommt nach hier. Ich decke mich hier. Ich sehe, er geht nach unten. Ich ziehe meinen vorderen Fuß zurück. Ich steche direkt, steche direkt gegen und decke mich danach direkt mit einem Tramazonen. Okay, seid ihr bereit? Es kommen Mandriti und Roversi auf jede beliebige Höhe. Oben Imbrocata, Mitte Tramazonen und nach unten wieder ein. Im Prinzip imbrocata, aber schön mit auch maximaler Reichweite und den Fuß vor allem nach hinten ziehen. Auf geht's! Zum Schluss. Zum Schluss. Schön locker bleiben. Dann geht immer im Prinzip in Guardia di Testa und kommt der Angriff nach unten oder zur Mitte, zieht ihr den Fuß zurück, ansonsten nach oben könnt ihr sogar reingehen in den Gegner. Wie gesagt, die Fußarbeit ist immer abhängig von eurer Position zu eurem Gegner. Idealerweise findet ihr dann natürlich einen Partner für euch. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Wie gesagt, macht gerne die Übung direkt nochmal, dann wird es euch bestimmt schon leichter fallen. Ansonsten sehe ich euch nächste Woche dann zur letzten Lektion. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Lektion in unserem Anfängerkurs für das einhändige Schwert nach Giovanni della Gocchia. Wir nehmen heute nur noch ein paar Angriffe dazu und dann sollen diese heutige Lektion herzulernen, alles was wir bisher gemacht haben nochmal so ein bisschen zusammenzubringen. Also wir kennen unsere verschiedenen Schläge, Fendenti, Squalimbri, Dondi und Ridocchi. Diese werden alle mit der Warenschneide ausgeführt. Wir kennen unseren Falzodrito und Falzomango, die mit der falschen Schneide ausgeführt werden. Natürlich kann auch jeder Schlag, der von oben oder horizontal kommt, auch mit der falschen Schneide ausgeführt werden. Und das sind dann dementsprechend, ob sie von rechts oder von links kommen, Mandritti in Falzi oder Roversi in Falzi. Wie sieht so ein Mandritto in Falzi aus? Nun ja, wir setzen genauso an wie zu einem beispielsweise normalen Fendente, aber drehen hier die Hand und den Unterarm, so dass die falsche Schneide auf die Gegner kreift. Oder von der linken Seite ein Roversi in Falzi, dann eben so aussieht. Das gleiche geht natürlich auch mit Squalimbri und Dondi, die dann dementsprechend so aussehen. Also von der Seite vielleicht, als würdet ihr einen ganz normalen Fendente schlagen, nur, dass hier in der Mitte das Schwert dreht, sodass jetzt endlich die kurze oder falsche Schneide den Gegner trifft. Ihr werdet wahrscheinlich schnell merken, dass das von der Mandritto-Seite etwas leichter gehen wird als von der Roversi-Seite, gerade wenn ihr ein Fendente schlagen wollt. Von Tondo, links oder rechts sollte es allerdings keinen Unterschied machen. Und wenn man es jetzt ganz genau nimmt, dann ist der Unterschied eigentlich zwischen Hieben mit der kurzen oder falschen Schneide und den Stichen, die wir natürlich auch aus all diesen Positionen führen können, nur marginal. Natürlich können wir aus diesen Positionen immer auch einen Stich führen. Und von unten natürlich auch. Wir halten ja schon unsere Imbrocati, Stoccati und auch den Punta Riversa. Wenn er aber gerade eben im Prinzip aus dieser weiten Bewegung kommt, dann wird das ganz allgemein nach Giovanni Dara Gocchi als ein Punta Entfalzung gezeichnet. Also, Mandritto Entfalzung und Punta Entfalzung. Wobei der Mandritto ein Schlag ist und der Punta natürlich ein Stich. Was ist der Unterschied? Der Winkel zwischen meinem Unterarm und Schwert unterscheidet sich. Während für einen Schlag dieser Winkel relativ groß ist, fast 180 Grad könnte man sagen. Das würde ich hier eher als Schlag bezeichnen. Oder das ist der Winkel bei einem Stich etwas kleiner, vielleicht eher um die 100 bis 120 Grad. Aber ihr müsst jetzt kein Geodreieck anlegen. Aber das hier ist natürlich eher ein Stich. Genauso wie das hier. Okay? Und im Prinzip ermöglichen uns diese verschiedenen Arten anzugreifen, nur uns frei und fließend durch den Raum zu bringen. Es gibt immer ganz viele Möglichkeiten einen Schlag abzuwehren. Und im Prinzip schreibt Giovanni da Lagocchi auch, zu jedem Mandritto gibt es ein Reverso und umgedreht. Aber natürlich könnt ihr auch Mandritti mit Mandritti parieren und so weiter und so fort. Gut. Letztendlich in der Kampfkunst geht es eben darum, dass wir uns richtig positioniert zum Gegner und die Tempel nutzen. Also diese Momente, wo wir ihn sicher angreifen können, unseren Gegner ohne uns selbst in Gefahr zu bringen. Und das ist eigentlich letztendlich die große Kunst. Und alles andere hier ist vielleicht so ein bisschen wie beim Autofahren. Erstmal schalten und lenken lernen, um uns genau in diese Position und Momente reinzubringen. Wie wir dann tatsächlich angreifen, ist eigentlich relativ unwichtig, weil es immer sehr viele Möglichkeiten gibt, die wir einfach nur erstmal eintrainieren müssen. Gut. Also nur noch einmal kurz zum Schluss zusammengefasst. Was war neu heute? Wir haben die Mandritti in Falzi gelernt und Roversi in Falzi. Die zeichnen sich dadurch aus, dass die Hand oder der Unterarm, mehr gesagt, dreht, sodass die falsche Schneide den Gegner trifft. Sie können natürlich auf all den bisherigen Waren den Gegner erwischen, die wir jetzt schon kannten. Also Fendente, Squalimbro und Tondo. Bei den Doppio kennen wir ja die Linien eh schon für den Falzi Drito und Falzi Manco. Und außerdem können wir natürlich auch auf all diesen Linien einen Stich führen. Und das ist dann jeweils ein bunteren Falzi. Gut. Das soll dafür reichen. Wir sehen uns gleich bei der Übung wieder. So, willkommen zurück zur letzten Übung. Heute soll es keinen neuen interaktiven Drill mehr geben, sondern eher etwas für euch alleine zum Solo-Üben, um wirklich sehr warm und geschmeidig mit diesen verschiedenen Schlägen und Stichen zu werden, aber auch natürlich mit der Fußarbeit. Und dazu machen wir erstmal einen ganz einfachen Drill. Und zwar fangen wir an in Guardia da di Corno. Und von hier aus stechen wir einen Imbrocata, oder man könnte das fast auch als ein bunteren Falzo bezeichnen, und gehen fließen über in einen Dritto Tramazone. Aus Guardia da di Corno, Imbrocata, Dritto Tramazone und wir lassen das Schwert einfach weiter fließen. Von hier aus gehen wir durch Guardia da di Sopra e Bratio und schlagen einen Reverso in Falzo, oder führen hier auch einen Punter in Falzo, aber auch von der Reverso-Seite. Also im Prinzip Stich von oben rechts, Schlag von oben rechts, Stich von oben links, Schlag von oben links. Okay, kommt von vorne, Stich, Schlag, Stich, Schlag. Hält immer zwei Aktionen hier hintereinander. Und wir fließen zwischen diesen beiden Positionen. Wenn ihr euch wohl fühlt, könnt ihr jetzt ein bisschen Fußarbeit mit dazu nehmen und einfach euch frei durch den Raum zu gehen. Das einzige, worauf ihr vielleicht achten könnt, ist immer wenn der Schlag oder Stich von rechts kommt, geht eure rechte Hüfte nach vorne. Wenn ihr das jetzt ein paar Mal gemacht habt, geht das gleiche natürlich auch von unten. Wir beginnen in einer der Lagerpositionen, ich jetzt hier in Porta di Ferbo-Lager. Und jetzt führen wir einen Stoccata von unten, von unten links und danach einen Reverso-Ridopio. Durch Guardia Alta, durch Coda Longa Distesa, durch Coda Longa Larga und nun von der anderen Seite einen Stich, ein Stoccata und ein Mandrito-Ridopio. Okay, also Stich von links, Schlag von links, Stich von rechts, Schlag von rechts. Und jetzt die Hand vielleicht eher vorne lassen, also wirklich wieder eine Traumazone direkt hinterher, aber jetzt von unten. Zack, 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 zack. Und dann nehmen wir wieder die Füße. Das erste ist ein Stich, das zweite ist ein Schlag. Schaut, dass ihr genug Platz habt, wenn ihr so ausholende Bewegungen macht und lasst eure Pflanzen anlegen. Gut, wenn wir das haben, machen wir die gleichen zwei Übungen jetzt aber jeweils mit Mandriti infalzi und Roversi infalzi. Das heißt, wir starten vielleicht nicht in Guardia da Nicom, sondern in Guardia Alta. Und wir fangen an mit einem Mandrito infalzo und dann ein Drito tramazone. Roversi infalzo, Roversi tramazone. Schau, von der Seite. Ich fange hier an und drehe, also ein Mandrito infalzo und fließe dann direkt in den normalen Drito tramazone. Und hier drehe ich auch die Hand und treffe meinen Gegner im Prinzip mit der falschen Schneider. Gerade auf der Reverso Seite werdet ihr merken, dass das deutlich schwieriger ist. Ihr könnt dazu gerne etwas horizontaler gehen, dann wird es euch etwas leichter fallen. Gerade auf der Tondo Linie sollte es spätestens eigentlich kein Problem sein, euren Arm hier aufzudrehen. Und ihr könnt natürlich die Linien hier jeweils auch mal wechseln. Beispielsweise Mandrito infalzo und Roversi infalzo auf der Tondo Linie. Und die Tramazone auf der Fendente. Gut. Dann können wir natürlich auch direkt zwischen Schlägen von oben und Stichen von unten hin und her wechseln. Fangen wir vielleicht wieder mit, fangen wir auch diesmal mit Schlägen an. Und zwar in Guardia Alta, ein Mandrito infalzo und Ramazone. Jetzt nicht weiter durchlaufen, sondern hier in Porta di Ferrolaga anhalten. Und direkt zurück. Falzo Manco, o verso ridopio, wieder bis in Guardia Alta. Und so können wir natürlich auch zwischen diesen beiden Aktionen direkt hin und her wechseln. Und das kann man natürlich auch als Stich machen. Dann aus Guardia Danicano ein Imbrocata und von hier unten ein Stoccata und Proverso ridopio. Wenn ihr das habt, das Ganze nochmal von der anderen Seite. Also in eine der Coda Longa Lager Positionen. Ob rechts oder links vorne, völlig egal. Vielleicht stechen zuerst, Stoccata. Dann Mandrito ridopio. Im Prinzip bis in Guardia di Faccia oder sogar in Guardia di Sopra e Bracho. Und dann zurück. Als Stich. Ein Stich. Zack. Oder natürlich auch als Schlag. Dann als Falzo drito und Reverso infalzo. Und dann kann man alles zusammenlegen. Versucht einfach die verschiedenen Angriffe ineinander übergehen zu lassen und euch gleich dabei schon durch den Raum zu bewegen. Ihr könnt auf einzelnen Sachen stoppen. Aber grundsätzlich einfach soll das Schwert fließen. Versucht auch die Richtung zu ändern. Schaut mal in eine andere. Und schaut einfach, dass ihr euch frei mit dem Schwert durch euren Raum bewegen könnt. Am besten geht ihr dazu natürlich nach draußen. Wechselt ab zwischen Mandriti und Troversi infalzo. Und natürlich den Stichen. Dass ihr nicht nur habt. Ihr könnt auch mal mehrere Tramazonien hintereinander schlagen. Ihr müsst nicht immer falsche Schneide, wahre Schneide gehen. Aber einfach, dass ihr hier euren Arm ordentlich bewegt. Und wenn ihr das habt, dann versucht das auch mit der anderen Hand zu machen. Okay? Versucht einfach quasi komfortabel damit zu werden. Und ihr merkt schon, es fällt mir direkt schwerer zu sprechen, wenn ich diese Sache mit meiner linken Hand mache. Und wie gesagt, das Ziel ist letztendlich, all diese Aktionen natürlich machen zu können. Zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort. Ich wechsle lieber auf rechts wieder. Okay? Und dazu muss das hier halt in Fleisch und Blut erstmal übergehen. Nehmt immer schön die Hüfte mit. Denkt dann, bei allen Bewegungen, wo die falsche Schneide leitet, ist es besonders wichtig, euren Körper hinter das Schwert zu bringen. Ansonsten seid ihr hier immer offen. Das ist natürlich eine Bewegung hier, die nicht zur Verteidigung dient, weil offensichtlich hier alles offen ist. Dagegen das schon deutlich besser. Okay? Gut. Dann. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß in diesem Anfängerkurs, mindestens genauso sehr wie ich. Nehmt euch ruhig noch ein bisschen Zeit, um diese Übungen durchzugehen. Ihr könnt natürlich jederzeit die Übungen der letzten Male und die interaktiven wieder durchgehen mit anderen Zielen. Ihr habt ja verschiedene Arten, wo ich Auversi und Mandriti nach oben und unten schlage. Also eine riesen Auswahl eigentlich. Idealerweise schnappt euch einen Partner und dann trainiert gemeinsam, trainiert fleißig und kommt uns vielleicht mal in Potsdam besuchen. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, herzlichen Glückwunsch. Ich bin stolz auf euch. Musik 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 Visual